Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ach, schöne Woche. Ganz ehrlich, wenn einem die Welt draußen immer mehr Gründe liefert, um lieber drinnen zu bleiben, dann ist es ja nicht schlecht, wenn das drinnen nicht von Einsamkeit geprägt ist, sondern man das ein oder andere zum Schauen oder zum Lesen hat. Und das ist dann der Moment, wo der Postbote ins Spiel kommt. Also der eine Motivierte, den man vielleicht mit Glück irgendwo findet, der nämlich beispielsweise bei seiner Grundausbildung die Funktion einer Türklingel, einer Treppe oder eines Lifts kennengelernt hat und der weiß, dass es auch eine Welt abseits des gelben Zettels gibt. Und ja, manche können das sogar wirklich, aber blöderweise nicht alle. Und die, die das nicht können, die arbeiten dann halt bei UPS, wie ich vergangene Woche wieder schmerzlich am eigenen Leib erfahren musste. Aber trotzdem war sammlungstechnisch für mich eigentlich gar keine so schlechte Woche. Ich bekam wahnsinnig coole Rezensionsmuster einerseits von Polyband und Pandastorm und dann von Excessive Pictures von Anolis beziehungsweise habe ich einige Bestellungen von Amazon.de, tatsächlich Sachen von Ebay und Willhaben bekommen. Auch aus England wurde geliefert. Und last but not least habe ich meine Filmbuchsammlung wieder um einige interessante Kandidaten auffrischen können. Vor allem, weil die auch allesamt Cover-Artworks von Rick Melton bieten. Aber bevor wir jetzt in das Sammlungs-Update grundsätzlich einsteigen, möchte ich mich auch diese Woche wieder bei einigen Leuten ganz besonders bedanken. Ein kleines Hallo ganz am Anfang geht an unser neuestes Kanalmitglied. Herzlich willkommen hier an Chris Mührmann. Freut mich, dass du dich für eine Kanalmitgliedschaft entschieden hast und ich sage Danke. Aber wo wir gerade bei Kanalmitgliedern sind, da gibt es einige, die das Ganze schon ein bisschen länger mitmachen. Warum? Okay, vielleicht beispielsweise um dieses Sammlungs-Update nicht erst am Sonntag um 17 Uhr mit allen anderen gemeinsam schauen zu können, sondern vielleicht schon aktuell ist es übrigens Freitag und es ist 16.45 Uhr in einem exklusiven Livestream nur für Kanalmitglieder sehen wollen. Wer weiß. Da gibt es nämlich beispielsweise Martin Spiller, dem ich wahnsinnig dankbar bin dafür, dass er sich für eine Kanalmitgliedschaft entschieden hat. Oder Rainer K. ist mit dabei, Gaming Head ist mit dabei und einer ist sogar ganz groß mit dabei, Hartwig Stolzlechner unterstützt mich nämlich mit einem der wahnsinnig hohen Tears und kann sich deswegen einmal im Monat ein Wunsch-Quickie wünschen. Und dieses Wunsch-Quickie ist im Monat März der Film Gozu von Takashi Miike. Das habe ich aktuell für Samstag oder Freitag, keine Ahnung, in einer Woche eingestellt. Außerdem möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken bei meinen Patreon-Sponsoren, allen voran in diesem Fall André L. Der ist nämlich mittlerweile, ist es März, seit exakt zwei Jahren Patreon-Supporter von meinem Kanal. Und das freut mich wahnsinnig, das muss man auch, finde ich, gebührend feiern. Da muss etwas ganz Besonderes her. Okay, André muss das wirklich... Naja, offensichtlich feiert André gerne allein. Aber ja, das Wunsch-Quickie für den März ist ein Bollywood-Film. Und ich weiß nicht wieso, aber Chuck Day India, Chuck Day klingt doch schon so wie Fuck You. Aber lassen wir das. Das werde ich noch etwas hinaus zögern bis zum Ende des Monats. Aber natürlich wird es das Wunsch-Quickie geben und natürlich bin ich André wahnsinnig, wahnsinnig danke für seine Unterstützung. Außerdem möchte ich mich an der Stelle nochmal fett bedanken bei Kevin Zindler. Der unterstützt meinen Kanal ebenfalls über Patreon und hat übrigens ebenfalls Dinge, die man wahnsinnig gut und gerne unterstützen sollte. Einerseits hier das großartige Art of Horror Vol. 2 Magazin. Da sind wir mittlerweile bereits bei der Ausgabe 9, die jetzt im Februar 2022 erschienen ist. Ich bin erst... Ja, circa auf der Seite. Bin noch nicht weit gekommen, ein bisschen weiter ist das schon. Aber werde euch auf jeden Fall in den nächsten Tagen hier auf meinem Kanal dieses Magazin genauer vorstellen und freue mich darauf, auch den Rest zu lesen. Außerdem ist Kevin ja eine der Stammstimmen vom Cine Entertainment Talk Podcast und gibt mit seinem Wuzi Verlag auch einige Bücher heraus. Darunter ein großartiges Inside Saw Buch, das es vor kurzem gab, das ich euch auch hier auf dem Kanal vorgestellt habe. Und last but not least ein fettes Danke an meinen Patreon-Sponsor Martin Kalis. Er hat übrigens auch ein relativ cooles Projekt am Laufen. Er betreut nämlich die Facebook-Gruppe Stars and Me, Your In-Person Photos, wo man, gut der Nabe ist eigentlich mehr oder weniger selbst erklärend, Fotos von, well, Stars and sich selber posten kann. Was ich nämlich wirklich absolut beeindruckend finde, ist, was für Stars die Leute aus dieser Gruppe eben schon gemeinsam mit sich vor die Kamera holen konnten. Natürlich haben es dort einige Leute auf die diversen Premieren beispielsweise jetzt gerade von Jackass Forever geschafft. Was ich eigentlich ziemlich leibend finde, wo ich leider nicht war, aber vielleicht irgendwann einmal gern gewesen wäre auf irgendwelchen Filmpräden. Aber wahnsinnig cool, wenn ich zumindest eben mit so kleinen privatpersönlichen Einblicken mit dabei sein kann. Aber apropos kleine privatpersönliche Einblicke, schauen wir dann einmal auf das, was eben hier vergangene Woche neu in meine Sammlung gekommen ist. Und dabei möchte ich euch ganz am Anfang einmal hier von Polyband das neue Mediabook von Doctor Who, Fury of the Dead zeigen. Das ist eine animierte Doctor Who-Folge, die damals eben im Zuge des Purges von der BBC in den 70er Jahren komplett eliminiert wurde. Was schade ist, weil sie laut Fans eine der besten Doctor Who-Folgen aller Zeiten ist. Ich habe sie mir gestern auch schon angeschaut und finde sie auch wirklich absolut großartig. Eine wirklich spannende Folge mit toller Musik und einem cool ausgestatteten Mediabook. Großartig, was da an Bonusmaterial aufgefahren wird. Dazu gibt es auf jeden Fall hier in den nächsten Tagen einen ausführlichen DVD-Check auf meinem Kanal. Und woran ich ebenfalls schon arbeite, das sind die Blu-Ray-Checks zu den neuen Veröffentlichungen von Pandastorm. Da haben wir einerseits eine deutsche Blu-Ray-Premiere hier mit der Folge Flucht aus dem E-Space. Das ist der dritte Teil der E-Space-Trilogie, bereits im November vergangenen Jahres erschienen. Da habe ich euch ja vor einiger Zeit bereits die ersten beiden Teile hier auf dem Kanal vorgestellt. Jetzt ist es, finde ich, dann mal langsam an der Zeit, auch den dritten Teil anzugehen. Und dann kommt mit das Urteil, also Teil 1 quasi, der rätselhafte Planet mit dem sechsten Doktor und die Todesbucht der Wikinger mit dem siebenten Doktor. Da kommen jetzt auch zum ersten Mal zwei High-Definition-Upgrades im Mediabook. Und für die Doktor-Who-Veteranen ist eh klar High-Definition-Upgrade, heißt jetzt Upscale. Aber was in dem Fall besonders spannend ist an diesen Veröffentlichungen ist, dass eben für die Blu-Rays, die die BBC für England produziert hat, auch neues exklusives Bonusmaterial dazugekommen ist. Das natürlich bei den alten deutschen DVDs noch nicht existiert hat. Und demnach jetzt auch hier bei den Blu-Rays mit dabei ist. Da sind zum Beispiel alternative Schnittfassungen und so weiter dazugekommen. Genauso wie interessante Dokumentationen, Interviews, sogar neue Features in HD. Und das Ganze natürlich in diesem wundervollen, einheitlichen Look der Mediabooks von Pandastorm. Aber auch zu diesen drei Titeln hören wir dann definitiv in Bälde mehr. Außerdem habe ich von Excessive Pictures ein definitiv Excessive Picture bekommen. Nämlich hier Black Emanuel Stunden wilder Lust. Ja, ein Film von Joe D'Amato, der so ganz normal definitiv nicht in einem Player gelandet wird. Aber wo ich jetzt tatsächlich sagen muss, ich werde dieses Review nützen, um eine unglaubliche Parade an schlechten Karlauern abzuliefern, wo ich einige schon geschrieben habe und mich so richtig freue. Wenn ich vor der Kamera sitze und dieses Review mache, ich bin mir zwar 100% sicher, dass es auf YouTube mit einer 18er Sperre daherkommt und man es eben nur als registrierter und freigeschalteter User sehen kann. Aber ich kann euch sagen, allein für das Video zahlt es sich, glaube ich, aus, sich das anzutun. Da gibt es nämlich wirklich eine Menge, eine Menge spannender und interessanter Sachen über diesen Film zu berichten. Außerdem habe ich von Anolis Nachschub bekommen in Sachen der Fluch der Galerie des Grauens. Ray Milland ist hier dabei und schiebt die Panik im Jahre Null. Naja, wir haben jetzt das Jahr 2022 und haben auch relativ viel Panik. Und gemessen daran, wie Verschwörungstheoretiker ihre ganzen Argumente begründen, würde ich ja fast sagen, hey, Nostradamus, also Nostra Milandus hat es schon gesagt, dass wir im Jahre Null Panik haben. Er hat ja nie quasi gesagt, wo die Null dann irgendwo drinnen steht. Ah, warte mal, wie wäre es mit 2020? Das hatte ja schon zwei Null. Oh mein Gott, ich bin da was Großem auf der Spur. Ja, einem großen Haufen Scheiße, so wie die meisten von diesen Theorien. Aber schauen wir dann da einmal weiter. Apropos die vier Schädel des Jonathan Drake. Das ist interessant. Ich wusste gar nicht, dass ich eigentlich ein Verwandter von Jonathan Drake bin. Also zumindest esse ich so, als hätte ich vier Schädel. Das sollte ich vielleicht auch irgendwann einmal wieder in den Griff kriegen. Aber auch da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf den Film und dann auf das Review. Und wir pflanzen miteinander die Samen des Bösen. Tatsächlich ein Release, auf den ich mich jetzt schon wahnsinnig gefreut habe. Eigentlich ein sehr, sehr schönes, geprägtes, wartiertes Mediabook hier, was ich auf den ersten Blick sehe. Aber nachdem ich euch ja vor kurzem eben hier das absolut großartige Buch über Norman J. Warren zeigen durfte, das von Creepy Images herausgegeben wurde, das natürlich eben auch einige Informationen hier rund um den Film Samen des Bösen enthielt, freue ich mich darauf, jetzt endlich einmal wieder einen Film von Warren selber zu sehen. Der einzige, glaube ich, der bis jetzt im Player war, war ja tatsächlich Terror, der auch von Anolis veröffentlicht wurde. Und Samen des Bösen, gut, er war schon in meinem Player, ist ein wirklich, wirklich abstruses Stückchen Film, das mir durchaus viel Spaß bereitet hat. Danach geht's dann ab in die Ewigkeit in einem Film Happy Birthday to Me, den ich schon in mehreren Versionen in der Sammlung habe, aber da jetzt zum ersten Mal auch mit deutschem Ton. Und wo ich auch sehr gespannt bin, den endlich zu sehen und euch ausführlich vorzustellen. Und last but not least hier aus dieser Reihe mit den fantastischen Filmklassikern, der brandaktuelle Release, der eigentlich erst am 25. März 2022 erscheint, aber bereits jetzt bei mir gelandet ist und wo ich mich darum bemühen werde, euch so schnell wie möglich den Tipp zu geben, ob man die Vorbestellung noch schnell stornieren sollte oder ob man vielleicht noch ganz schnell schauen sollte, dass man noch ganz dringend eine abgibt, bevor das Ding ausverkauft ist. Ich tippe auf Nummer 2, kann ich schon sagen, weil ich hab den Film ja schon gesehen. Dann haben wir einen Toten, der Klavier spielt, das finde ich interessant. Ich hab schon so viele Zombie-Filme gesehen und habe mir gedacht, die Toten haben alle aber was Besseres zum tun, Gehirnfressen oder im Fall von einigen Charakteren in Zombie-Filmen Gehirn suchen, aber nein, der spielt einfach Klavier, gut, wenn es einem Spaß macht. Finde ich aber auch, ist jetzt nicht schlimm, er sollte halt dann vielleicht nur seinen eigenen Schwarz halt selber von den Klaviertasten wieder runterwischen und ja, hoffentlich spielt er nicht irgendwas Schlechtes. Aber das schau ich mir auch noch an, was uns vor allem Christopher Lee hier dann bietet in einem Film, der ja auch von Jimmy Sankster geschrieben wurde, den wir kennen als Drehbuchautor von einigen relativ coolen, was war es, der Satan mit den langen Wimpern, hat er den zufällig auch geschrieben, fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein, aber egal. Das ist, finde ich, für eine Woche eine ziemlich coole und auch ziemlich wilde Ausbeute an Rezensionsmaterial zu all diesen Titeln, wird es jetzt dann eben in den nächsten Tagen hier auf meinem Kanal ausführliche DVD- bzw. Blu-Ray-Checks geben. Aufgrund der Menge bitte ich zu entschuldigen, dass das womöglich noch den ein oder anderen Tag dauert, weil, naja, es ist sowas von unfasslich viel Bonusmaterial auf diesen Sachen drauf. Es ist ein Wahnsinn. Aber ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem drauf, naja, also gut, ich freue mich vor allem drauf als wahrscheinlich nicht ganz die richtige Überleitung, wenn wir über den Film Movie 43 sprechen. Ein Scheißfilm. Also, habe ich gehört. Ich glaube sogar so ein Scheißfilm, dass er, war denn nicht sogar in der IMDb Bottom 250 unter den schlechtesten Filmen, die jemals produziert wurden, mit dabei. Aber ja, genau deswegen habe ich ihn mir jetzt geholt, denn mir war vergangene Woche mal wieder für ein paar Minuten Fahrt und ich habe einen kurzen Trip zu dieser bekannten Carla in Wien übernommen, zu diesem karitativen Secondhand-Geschäft, das eben von der Caritas geleitet und geführt wird und wo man eben immer wieder DVDs zu absoluten Spottpreisen bekommt. Und da habe ich ja in den letzten Monaten immer wieder mal kleinere Updates gepostet, wo ich dann aber doch meistens gleich 10, 20, 30 DVDs gefunden habe. Aber offensichtlich war mein letzter Besuch dort noch nicht lange genug her und tatsächlich einen größten, also den größten Teil der Sachen, die dort lagen, kannte ich schon. Aber ich habe tatsächlich doch zwei Dinge gefunden. Einerseits eben Movie 43, wo mir mein Bruder vor einiger Zeit schon erzählt hat, was diese Hugh Jackman-Szene, wie furchtbar das alles war. Und ich habe mir dann gedacht, so warte mal, das klingt wirklich so, so scheiße. Ich könnte das fast lustig finden und habe mir geschworen, irgendwann einmal muss ich mir diesen Dreck anschauen, nur um diesen Dreck gesehen zu haben. Dieser Moment ist jetzt dann irgendwann einmal gekommen. Aber um meine geistige Gesundheit behalten zu können... Entschuldigung, da habe ich mich kurz verschluckt, wie ich das gesagt habe. Aber ich habe mir trotzdem einen anderen Film auch noch mitgenommen, den ich lustigerweise noch in keiner anderen Version in meiner Sammlung habe. Was mich nämlich gerade bei dem Film wundert ist, der ist noch nicht einmal auf Blu-ray erschienen. Bei uns sowieso nicht und laut OFDB ist auch keine internationale VÖ gelistet, was mich bei Warner, nein, wirklich überhaupt nicht wundert. Weil Warner gibt teilweise leider einen Scheiß auf seine Filme und das finde ich extrem schade. Ich weiß, dass ich Mord im Weißen Haus, der bei uns übrigens ungeschnitten veröffentlicht wurde in England für die BBFC-15-Freigabe um vier Sekunden Material zensiert wurde. Aber ich weiß, ich habe den irgendwann einmal im Fernsehen gesehen, kann mich aber so gut wie gar nicht mehr daran erinnern. Kennt ihr das noch? Das ist dieses ganz seltsame System, das außer Warner glücklicherweise niemals irgendein anderes Label gemacht hat, mit diesen Flipper-Disks, wo der Film zweimal drauf ist, nämlich auf beiden Seiten derselbe Film, aber zweimal in unterschiedlichen Bildformaten, einmal im Vollbild und dann einmal in Widescreen. Das kenne ich eben noch von der South Park DVD und eben hier ist es auch 1,85, aber ich glaube da extrem mit allen Mitteln DVD ist es noch etwas skurriler, weil da habe ich einmal Vollbild und dann einmal 2,35 zu 1, also ob irgendjemand sagen würde, hey cool, das ist ein super Bild, ich nehme 40% davon, Dankeschön. Aber gut, vielleicht kam das eben noch aus der Zeit, wo manche Leute auch wirklich noch diese Fullscreen-Fernseher hatten und ja gut, da war das Bild dann schon ein bisschen schmal, wenn es in 2,35 war. Aber gut, es gibt halt immer noch Leute, die New Kids schon, also es hat nicht jeder, nicht jeder wahnsinnig viel Geschmack, nein. Aber es gibt natürlich einige Leute, vor allem seit einiger Zeit, die sich Kingsman ganz gerne anschauen und die haben jetzt eine neue Chance mit einem neuen Teil. Böse Zungen könnten Regisseur Matthew Vaughn als das Gänseblümchen der Filmindustrie bezeichnen. Er kann es, er kann es nicht, er kann es, er kann es nicht. Und Case in Point, Layer Cake, der Sternwanderer. Kick-Ass, X-Men erste Entscheidung. Und dann kam Kingsman, The Secret Service. Und gewesen daran hätte er dann eigentlich der zweite Teil, Kingsman, The Golden Circle, Kacke sein sollen, was er lustigerweise laut der Meinung von vielen Leuten auch war. Und obwohl der Film natürlich gegenüber seinem Vorgänger doch ziemlich, ziemlich abgestunken ist, machte er mir trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Eine herrlich abgedrehte Story, ein herrlich abgedrehter Samuel L. Jackson und vor allem eine der genialsten Kampfszenen in einer Burgerbude, die ich jemals gesehen habe. Von daher kann man sich durchaus vorstellen, dass ich jetzt gespannt bin auf das, was der 2021 gedrehte Film Kingsman, The Beginning, da fällt mir ein, wer bringt mir jetzt endlich einmal Texas Chainsaw Massacre, The Beginning in einer ungeschnittenen, unrated Fassung, lizenziert als Mediabook. Nochmal. So, aus dem Jahr 2021 schauen wir mal, was der kann, vor allem, wenn mit Ralph Foyan oder Jaimon Hounsou auch in diesem Fall wieder einige wirklich coole und bekannte Darsteller mit an Bord sind. Der Film ist jetzt dann gerade über 20th Century Fox Studios, wie das Ganze jetzt heißt, als Blu-Ray beziehungsweise auch 4K-Version erschienen. Und man darf der Maus mit den großen Ohren an der Stelle ja wirklich dankbar sein, dass sie es geschafft hat, zwar einerseits natürlich das typische Fox-Steel-Book-Design auf das typische, auf das Disney-typische Quarter-Slip-Ding zu ändern, aber trotzdem, es gibt sie noch. Es gibt noch physische Heimkino-Veröffentlichungen und nicht nur Streams auf Disney+. Und wir haben hier auf dem Backcover einerseits eben Informationen rund um den Film-Cast und Crew, Bedienungsanleitungen, das Einzige, was es offensichtlich doch sogar Bonus-Material hat man produziert für den Film. Und damit können wir mal auf das eigentliche Steel-Book schauen. Danke übrigens für den Titelschriftzug auf dem Spine, das gefällt mir besonders gut. Wobei ich trotzdem anmerken muss, wenn der erste Teil von Kingsman nicht einmal 10 Jahre alt ist, warum muss man als Sequel von Kingsman einen Titel wie The Kingsman nehmen? Wobei gut, damals war es ja in einem Wort geschrieben und jetzt ist es in zwei Wörtern geschrieben. Das ist natürlich der große Unterschied und das wird man vor allem bei so einer netten, gemütlichen Unterhaltung in einer Bar. Hey, kennst du Kingsman? Warte mal, meinst du den, wo das Wort Kingsman ein Wort ist oder den, wo das Wort Kingsman zwei Wörter sind? Ähm, ähm, ähm. Zweite Kilo noch bitte. Aber wir bekommen jetzt eben hier The Kingsman The Beginning in einer limitierten Steel-Book-Version. Die schauen wir uns da einmal an. Nachdem wir ja eigentlich bislang relativ wunderschöne Steel-Books zu den Kingsman-Filmen bekommen haben, ich meine, das erste Blu-Ray-Steel-Book, das der erste Teil bekommen hat, war es jetzt nicht. Aber dazwischen kam ja dann so ein cooles, popartiges Teil daher. Und auch der zweite Teil ist, glaube ich, in irgendeiner schicken Version mit großartigem, gezeichnetem Cover-Artwork im Pop-Art-Stil in meiner Sammlung. Da fragt man sich dann doch, was vom dritten Teil daherkommt. Und ich würde mal sagen, das ist ein Ladebildschirm vom schlechtesten Assassin's Creed ever. Oder vielleicht das, was Lady Diana machen hätte sollen. Buh! Ja, nein, aber ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich kenne mich jetzt irgendwie in diesen royalen Kreisen nicht besonders aus. Aber was heißt dieser blaue Schleife? Heißt das, dass der jemand irgendwie einen Briefträgerbeutel umhängen hat? Oder, ähm, dass er sich den Arm gebrochen hat und den in so einer Schlaufe vor sich hintragen muss? Oder, ich meine, generell frage ich mich nicht nur das, ich frage mich vor allem, was mich das interessieren soll. Weil wahnsinnig schön oder irgendwie atemberaubend ist das Ganze nicht. Das wirkt eben tatsächlich wie ein einfaches Vorschaubild. Inklusive eben der Tatsache, dass dieser Titelschriftzug hier mit diesem Kingsman-Logo eigentlich so ausschaut, wie das Bild auf ProSieben kurz nach der Werbeunterbrechung. Wenn einen der, der, der Fernseher noch einmal kurz dran erinnert, welcher Dreck jetzt eigentlich läuft. Gut, man hätte sich denken können, es ist sicher Two and a Half Men. Aber in dem Fall ist es The Kings' Two and a Half Men. Das Ganze einfach geklatscht auf ein Steelbook. Vielleicht hier kann man ganz leichte Metallic-Effekte, ähm, durchsehen. Aber jetzt so spannend ist das Ganze nicht. Auf dem Backcover... Ja, äh, es ist eine Puffen. Und zwar eine relativ komisch ausschauende Puffen, weil die schaut irgendwie so aus, als ist der Lauf gekrümmt und schaut in die falsche Richtung. Und wenn man abdrückt, dann schießt man sie selber. Das ist natürlich eine Waffe, die viele Leute ganz dringend suchen würden. Aber ich nicht. Und ich würde vor allem ein Backcover suchen, das mir vielleicht ein bisschen mehr bietet als das. Also generell ein Steelbook suchen, das mir ein bisschen mehr bietet als das. Ich weiß ja nicht, was man sagen soll. Natürlich, man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Das ist schon irgendwie klar. Und ich weiß, dass ich grundsätzlich wahnsinnig dankbar dafür bin, dass uns Disney nach wie vor auch Steelbook-Veröffentlichungen bietet. Aber ich würde mir trotzdem irgendwie wünschen, dass sich irgendwer dabei Mühe gibt. Und es ist das Ganze nicht einfach nur in irgendeinem 0815-Standard-Design verendet. Dafür finde ich hier eigentlich die Disc-Designs ganz nett. Wir finden eben hier ein bläulich-güldernes Design auf der Blu-Ray und auf der 4K ist das Ganze dann eben statt Blau in Weiß. Und dazu sehen wir dann hier Ralph Fayan ausnahmsweise mit Nase. Und das Ganze so recht einfach gestaltet, wie man es halt momentan gerne bei den Innendesigns sowohl von Steelbooks als auch von Mediabooks macht. Sein Gesicht ist auf der linken Seite und die rechte Seite dieser Ausläufer. Der ist einfach mehr oder weniger leer bis auf den leichten Auslauf von seinem Körper. Dazu kann man natürlich sagen, ja fein, weil dadurch geht quasi nichts Großes verloren, wenn man die Discs reingibt. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist schon irgendwie ein bisschen viel Fläche verloren gegangen dadurch. Weil jetzt so, also bemüht und spektakulär ist es, nee, jetzt ganz im Ernst, wenn der Titelschriftzug The King's Man nicht wäre und nur das abgebildet wäre, dann hätte das genauso gut ein Steelbook für, keine Ahnung, Paul W.S. Andersons die drei Musketiere sein können. Erstens, weil das genauso ein generischer Film war, zweitens, weil Paul W.S. Andersons sowieso null Ahnung von Geschichte hat. Aber ich muss an der Stelle trotzdem sagen, ja, drei Musketiere war so scheiße, er war fast irgendwie ein bisschen lustig. Aber das ist, muss ich echt sagen, eines der generischsten, langweiligsten, uninspiriertesten, am wenigsten beeindruckendsten Steelbooks, die ich seit langem gesehen habe. Eine Version, wo ich zwar trotzdem immer noch froh bin, dass es ein Steelbook gibt, aber ich mir echt wünschen hätte können, dass es ein anderes Steelbook gibt. Es gibt Fragen, auf die hat jeder eine andere Antwort, sogar in der Schule, die meisten sind halt dann einfach falsch. Aber ich meine jetzt so Antworten, die grundsätzlich nicht falsch wären, so wie, was isst du gerne? Gut, das sind alle Antworten, die sich nicht auf Fritzl reimen, eh auch falsch. Aber nein, das meine ich nicht. Ich meine Fragen wie, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, was würdest du tun? Und meine erste Antwort auf diese Frage wäre natürlich, ich fahre dorthin, wo der Film Blade Runner gecastet wird und nehme Harrison Ford die Rolle wieder weg, gebe sie Willem Dafoe, nur damit ich Filmplakate drucken kann, auf denen ganz groß Dafoe Runner steht. Und ich weiß, dieser Witz ist scheiße und ich weiß, ich habe ihn schon 4000 Mal gemacht, aber ich mag ihn und ich werde ihn noch 4000 weitere Male machen. Aber apropos Blade Runner, das ist ein Film, der hat mich tatsächlich vor kurzem ein bisschen nervös gemacht, als ich draufgekommen bin, dass mir das Mondo Steelbook von Blade Runner 2049 noch fehlt, das einzige Mondo Steelbook, das mir noch fehlt. Also ganz klar, dass das her muss. Es war jetzt nicht ganz so leicht, eines aufzutreiben. Und am Ende war das lukrativste Angebot, das ich gefunden habe, auf Willhaben eines, wo derselbe Verkäufer ein Package verkauft hat mit Blade Runner 2049 und hier dieser Sci-Fi Steelbook Edition von Warner vom Original im Final Cut, auch als 4K UHD. War jetzt nicht unbedingt ein Steelbook, nachdem ich gesucht habe. Beim Original Blade Runner warte ich eigentlich immer noch drauf, die Titans of Cult Edition in meiner Sammlung aufzunehmen. Oh gut, Wanns Arm so über den Weg rennt, was? Es ist so quasi wie eine Gratis-Leberkasse, nur dass halt nicht Gratis war direkt. Aber egal, ich habe jetzt hier auf jeden Fall eine italienische Steelbook-Version, in diesem Fall die italienischen 4K Steelbooks von Warner, sind ja gerne einmal inhaltsgleich mit den Deutschen. Man muss halt nur trotzdem aufpassen und im besten Fall seine Informationen genau überprüfen, weil man bei Warner auch so Dinge haben kann, wie zum Beispiel bei der Dune 4K Edition, wo in Frankreich sogar auf dem Backcover noch erwähnt wird, dass der deutsche Ton drauf ist. Und wenn man die Disc dann einlegt, dann hört man richtig so einem das 4K Blu-ray Menü entgegenschreiben. Und natürlich ist kein deutscher Ton drauf. Aber hier bei Blade Runner ist sowohl auf der Blu-ray als auch auf der 4K UHD ebenfalls eine deutsche Tonspur gelistet und der Film in seinem 117 Minuten langen Final Cut enthalten. Ist ja eben wahnsinnig interessant, wie viele verschiedene Fassungen es von diesem Film gibt, von den originalen Kinofassungen bis hin zu einem Director's Cut, einem Final Cut und dann glaube ich noch einem Final Final Cut und einem Final 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 Cut. Ich meine ja, jeder der schon mal einen Film geschnitten hat, weiß, es gibt mehrere Final Cuts, aber meistens dann halt nicht im Abstand von ein paar Jahrzehnten. Anyways, Blade Runner ist auf jeden Fall ein absoluter Kultfilm, der sich auch diverse coole, limitierte Heimkinoauflagen verdient hat. Und jetzt bin ich echt gespannt, weil zum ersten Mal werfe ich hier einen Blick auf diese Sci-Fi Steelbook Collection von Warner. Da gibt es nämlich einige Filme, die ich jetzt allesamt nicht auswendig weiß in dieser Reihe, aber sie haben alle denselben Stil. Ich will auch so ein, naja, ich will es nicht Pop-Art-Cover nennen, aber das Erste, was mir eben bei dieser Reihe aufgefallen ist und was auch dafür verantwortlich ist, dass ich mir keines von diesen Steelbooks geholt habe, ist die Tatsache, dass das Frontcover hier von so einem fetten Rahmen umgeben wird. Aber zumindest das Bäcker... Lassen wir das. Aber wir haben eben um diesen Rahmen, der wirklich Sinn- und Nutzbefreiter nicht sein könnte, wir haben ja sogar mehr oder weniger ein Motiv, das hier abgerundet ist, dass wenn ich das hier nach oben ziehe, es sich sogar wirklich gemütlich in dieses Steelbook einpassen und einschmiegen würde. Ein Artwork, das genau gemacht würde für dieses Steelbook, wo ich mir zwar doch denke, okay, Warner ist wahrscheinlich ein Label, das groß und professionell genug ist, dass das kein Fehler ist, sondern tatsächlich gewollt, aber mir fällt kein Grund ein, warum man sowas wollen könnte. Warum geht ein Grafiker daher und sagt, hey, das ist eine schöne Fläche, ich nütze die Hälfte davon. Aber zumindest sehen wir dann da noch einige Elemente aus dem Film, die man mit... viel Fantasie... auch als Elemente aus dem Film sehen könnte, aber an der Stelle gefällt mir halt dann doch am besten, dass hier in der Mitte, bei diesem Lichtstrahl und dem Hintergrund, doch ein bisschen etwas von diesem Metalligeffekt vom Steelbook zur Geltung kommt und sich dadurch eigentlich dann das eigene Motiv auch von diesem Rahmen abhebt. Aber es ist halt trotzdem kein Cover, das mich persönlich jetzt so wahnsinnig glücklich macht. Schauen wir auf das Backcover. Da ruft offensichtlich gerade jemand nach, also dem Batmobile scheinbar. Das fliegt gerade so wie dieser Kinderwagen mit E.T. im Fahrradkorb an der Sonne, whatever, vorbei. Und wir haben dann hier hinten noch den Hinweis, einerseits die Cast & Crew Angaben, die haben tatsächlich von allen Elementen auf dem ganzen Cover, wie bei einigen anderen Warner Steelbooks lustigerweise, den kräftigsten Metalligeffekt auch hier, der Himmel wieder ein bisschen ausgearbeitet und ein bisschen dargestellt. Aber ja, wenn ich mir das Ganze jetzt hier so anschaue, ja, also ich habe schon besser gesehen. Dafür gibt es bei diesem Steelbook dann sogar hier noch eine kleine Beigabe, nämlich das Original-Re-Release-Poster damals zum Final Cut, das man damals, glaube ich, auf der Blu-Ray und auf einigen anderen Editionen auch verwendet hat. Ist eine gezeichnete Version, würde mich wahnsinnig interessieren. Ich finde hier leider keine Gravur vom Zeichner, mehr oder weniger. Aber ein Motiv, das finde ich sehr, sehr, sehr schön ist, ist ein cooles, kleines Gimmick. Und dann hier im Inneren die drei Disks. Einerseits der Film als 4K, dann der Film als 1K und letzten Endes dann auch das Bonus-Material, das sogar nur auf einer DVD enthalten ist. Oh wow, wann hat das letzte Mal ein Major-Label eine Beigabe nur auf DVD gebracht. Aber wir haben dann hier im Inneren, und das habe ich dann tatsächlich gegoogelt, weil ich ja die Möglichkeit natürlich gehabt hätte, dieses Steelbook wegzulassen und mir nur das Mondo von 2049 zu holen. Aber nachdem ich das um 20 Steine bekommen habe, habe ich mir dann gedacht, ja, und das Innendesign ist auch ganz nett. Man hat es natürlich bei den Vorschau-Artworks nicht gemerkt, dass das schon so ein bisschen, sagen wir mal, reduziert detailliertes Bild ist, wo man zwar den ein oder anderen ganz netten Metallic-Effekt hat, aber von scharf und durchzeichnet braucht man nicht reden. Das ist halt was, je weiter ich es von der Kamera weg tue, in Wirklichkeit, desto schöner schaut es aus. Je näher ich es hin tue, desto mehr merkt man die Schwächen davon. Aber es ist ein ganz passables Motiv, ehrlich gesagt. Und im Endeffekt muss man sagen, es ist eine Reihe, die ich jetzt definitiv nicht zum Sammeln anfangen will. Also, da braucht man nicht wirklich von einer Gefahr ausgehen. Aber ich bin trotzdem gespannt, weil bis ich irgendwann einmal zu einem ansatzweise menschlichen Preis hier meine Finger an eine Titans of Cult Edition vom Original bekomme, ist das halt einmal eine Möglichkeit, falls ich wieder Bock auf den Film habe, dass ich ihn mir in 4K anschaue. Dennis Villeneuve ist ein großartiger Regisseur, der für die meisten wahrscheinlich ab dem Jahr 2013 existiert. Da kam dann nämlich der von ihm gedrehte Film Prisoners mit Jake Gyllenhaal und Hugh Jackman in die Kinos und die meisten wussten gar nicht, dass er zu dem Zeitpunkt schon ca. 20 Jahre lang im Filmbusiness tätig war. Aber nach Prisoners war definitiv nicht Schluss und Villeneuve definitiv keine Eintagsfliege. Es folgten Filme wie Enemy, Sicario, Arrival und wahrscheinlich noch ein paar andere, deren Titel aus nur einem einzigen Wort besteht. Aber obwohl zumindest einmal Prisoners, Enemy, Sicario großartige Filme waren, waren vielleicht der ein oder andere etwas skeptisch, als man angekündigt hat, Villeneuves neues Projekt wäre ein Follow-up zu Ridley Scott's Science-Fiction-Meisterwerk Blade Runner. Eigentlich haben sie ihm einige nicht zugetraut, so wie vielleicht exakt 4 Jahre später ihm die wahrscheinlich exakt gleichen Leute wieder nicht zugetraut hätten, in die Fußstapfen von Dune zu treten. Übrigens wieder ein Film, dessen Titel aus nur einem Wort besteht. Also am Anfang. Und man war vielleicht noch etwas skeptisch, aber nachdem der Film dann sowohl vom Publikum als auch von den Kritikern relativ gut aufgenommen wurde, Spoiler-Alarm, hat Warner sogar veranlasst, dass der Titel des Films geändert wurde, von Dune in Dune Part 1, nur um klarzumachen, ja, wir wollen noch mehr davon haben. Aber was es mit den Dune-Fortsetzungen auf sich hat, das werden wir dann irgendwann einmal in den nächsten Jahren erfahren. Heute geht's um Dennis Villeneuves 2017-Film Blade Runner mit Ryan Gosling und Dave Bautista. Ein Film, der übrigens als Nummer 49 in der Mondo Steelbook Collection veröffentlicht wurde. Ein Release, den ich damals aus Gründen von Dummheit, womöglich übersehen hatte und weder aus Frankreich noch aus England mir ein Exemplar sichern konnte und dann war das Teil ausverkauft. Deswegen musste ich jetzt ein bisschen kreativ werden, um mir über Willhaben, gut, jetzt nicht so kreativ, aber um mir über Willhaben noch eines sichern zu können und jetzt ist das gute Stück hier und meine Mondo Steelbook-Sammlung wieder komplett. Und wie von den Mondo Steelbooks gewohnt, haben wir hier auf dem Frontcover einen recht netten Effekt hier mit diesem silbernen Hologrammglanz von dem Titelschriftzug, natürlich auch von dem Mondo-Logo und von dem Blu-Ray- und UHD-Zeichen. Das, was einige von euch jetzt vielleicht ein bisschen wundert, ist, dass dieses Steelbook etwas matter wirkt als typisch. Das liegt einfach daran, dass das wieder eines von den Mondo Steelbooks ist, die hier noch einmal extra mit einer Plastikfolie eingeschweißt sind, um es offensichtlich sogar einen PET-Schuber von diesem Steelbook vor Beschädigungen zu schützen. Ja, wir haben also offensichtlich ein in Plastik eingehülltes und dann in Plastik eingeschweißtes Plastik-Ding, die kleine Greta weint irgendwo im Hintergrund. Aber wir haben dann da natürlich eben Mondo-typisch diesen Spine mit dem Steelbook-Banner, mit der Nummerierung hier oben und dann, weil ich hier die französische Version in der Hand halte, ein Backcover-Blatt, das allerdings, wie auch bei den letzten Mondo Steelbooks, auf dem Backcover einfach nichts verdeckt. Aber trotzdem hat man es aufgeklebt, wahrscheinlich damit man weltweit nur eine Version von diesem PET-Ding designen muss und da einfach eine groß größere Auflage sowohl für England als auch gleich für Frankreich produzieren kann. Wir bekommen dann hier die Inhaltsangabe zum Film. Wir haben dann da die technischen Details und da interessiert mich gleich einmal, dass offensichtlich, das ist ja gemein, offensichtlich nur auf der Blu-ray-Deutscher Ton drauf ist, aber laut Backcover auf der 4K nicht. Das ist ein bisschen schade, weil bis da, äh, ansonsten, habe ich nur hier diese Deckard's Gun Edition von dem Film und ich bilde mal ein, das war damals noch eine normale Blu-ray, aber könnte mich auch täuschen, aber ziemlich sicher. Wir bekommen dann hier noch die ganzen technischen Informationen und so weiter und können jetzt einmal dann endlich auf das Steelbook blicken. Deswegen wirkt das eben hier auch ein bisschen blasser wegen eben diesem Doppelplastik. Und da haben wir das Design. Es ist zwar definitiv keines der beeindruckendsten Mondo Steelbooks, wenn man es jetzt einfach so anschaut, aber man merkt halt eben einfach, wie viel Liebe, Mühe und vor allem wie viel Liebe zum Detail in diesen Mondo Steelbooks drinnen steckt. Weil wir haben hier eben einerseits, ähm, den Hauptcharakter mit Partial Gloss Effekt und dann neben ihm auch den Titelschriftzug mit Partial Gloss. Das fällt allerdings gar nicht so sehr auf, weil dieser Titelschriftzug alleine schon davon profitiert, dass der hier nur mit dem metallischen Steelbook-Effekt arbeitet. Nur der lässt quasi diese Wörter und Buchstaben so richtig zur Geltung kommen. Nein, das sieht einfach großartig aus. Und dann haben wir da noch irgendein weggeworfenes Ding aus Andys Spielzeugkiste. Aber auch das ist, finde ich, sehr schön gezeichnet. Wir haben halt hier ein bisschen einen anderen Mondo-Look und jetzt nicht diesen ultra detaillierten, aber trotzdem einen, der recht cool aussieht. Und ganz nett, finde ich. Aber ich glaube, das ist fast nicht einzufangen im Video, weil es selbst für die 4K-Option vielleicht zu fein ist. Aber seht ihr, dass dieser Hintergrund hier nicht eine durchgehende Farbe hat, sondern immer von so einem leichten Grieseln durchbrochen wird. Und auch dieses Grieseln spielt mit dem Metallic-Effekt des Steelbooks ein bisschen und erzeugt damit fast schon ein bisschen ein Grindhouse-Feeling. Also irgendwie ist das, was auf den ersten Blick relativ unspektakulär ausschaut, im Vergleich zu einigen anderen Mondo-Steelbooks dann eines, das dafür tatsächlich am meisten Details hat und am meisten in die Tiefe geht. Wir bekommen dann hier auf dem Backcover tatsächlich eben den selben Look, eben hier auch mit der Schrift, die sich alleine durch das Partial Gloss beziehungsweise eben durch den Metallic-Effekt vom Steelbook dann erzeugen lässt. Schaut sich allein das an und plötzlich geht es Bäm und es ist da. Und auch hier und plötzlich ist die Schrift da. Teilweise nämlich hier im oberen Bereich sogar ohne den Steelbook-Effekt. Hier wird das alleine mit dem Partial Gloss erzeugt, der aber nicht einfach ein voll gedruckter Partial Gloss ist, sondern hier auch in so Linien gemacht ist. Wenn ich das... Die Mondo-Steelbooks sind feiner gearbeitet, als meine Kamera das einfangen kann. Ein Wahnsinn. Und eben dann hier unten wird aber sehr wohl auch mit partiellem Glanzlack gearbeitet. Und wir haben grundsätzlich quasi dasselbe Bild, seitenverkehrt, aber mit einem komplett verschiedenen Farbschema, mehr oder weniger eine Day- und eine Night-Version. Und damit kann man sagen, das ist eine Art Materialrecycling, mit der kann ich arbeiten. Wir haben hier neue Lichteffekte, weil eben offensichtlich dann in der Dunkelheit dieses Auge von diesem abgetrennten Puppenkopf zu leuchten beginnt. Und das Ganze wirklich ein interessantes, cooles Design. Und da fällt mir ein, ich sollte mir den Film endlich irgendwann einmal anschauen. Und dann kommen wir halt zu dem, was bei den Mondo-Steelbooks dann manchmal doch ein bisschen anstrengend ist, materialtechnisch. Denn wir haben dann dasselbe Bild auch noch auf der 4K-Disk. Dann einen anderen Ausschnitt von demselben Bild noch einmal auf der Blu-Ray-Disk. Und dann noch einmal quasi eins zu eins eine gesummte Version von diesem Frontcover als Innenartwerk. Schaut immer noch schön aus. Ist immer noch ein recht cooles Design, das Steelbook-technisch ein bisschen anders gearbeitet wurde. Es gibt hier natürlich keinen partiellen Glanzlack. Es gibt dafür auch dieses Griesel vom Frontcover nicht. Es ist deutlich glatter. Und man hat dadurch natürlich einen deutlich großflächigeren Metallic-Look. Ja, man kann da jetzt nicht einfach nur von lieblosem Recycling sprechen. Man hat schon ein bisschen was anderes gemacht mit dem Design. Man ist schon ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Aber trotzdem ist das halt wieder so ein Ding, was finde ich ein bisschen einen sauren Nachgeschmack hinterlässt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Mondo-Steelbook und gehört natürlich in meine Sammlung. Hätte schon wesentlich früher und in dem Sinne auch wesentlich günstiger in meine Sammlung sollen. Aber was soll's? So gut kann, glaube ich, kein Sammler aufpassen, dass einem nicht zwischendurch irgendwann einmal was durch die Lappen geht. Aber glücklicherweise kriegt man's, wenn halt etwas teurer, dann zumindest eh noch nach. Und trotz seiner Schwächen, finde ich, ist es dennoch ein wirklich, wirklich schönes Ding. Schwarze Katzen haben's definitiv nicht leicht. Für die einen bringen sie Pech, für die anderen sind sie wahnsinnig nahhaft und bringen damit zumindest sich selber wahnsinnig Pech. Aber sie bringen uns vor allem relativ coole Filme. Alleine die Edgar-Elme-Poe-Verfilmung The Black Cat von Lucio Fulci ist ja ein durchaus schaubarer Film. Aber was ich nicht wusste bis vor kurzem, ist, dass es auch aus dem Jahr 1991 von Stephen Shing einen Hongkong-Action-Thriller namens Black Cat gibt. Und der, und das wird euch jetzt wahrscheinlich als Kenner des Hongkong-Kino nicht wahnsinnig verwundern, nix mit Edgar-Elme-Poe zu tun hat. Stattdessen ist Black Cat dasselbe zu dem französischen Film Nikita wie das amerikanische Porn-Dog-Codename Nina mit Bridget Fonda aus dem Jahr 1993. Das ist ein Hongkong-Remake von einem französischen Film, zu dem es auch ein amerikanisches Remake gibt. Das nenne ich mal Unikat. Aber was diesen Film zu etwas noch Besondererem macht, ist, dass der Film damals von Splendid auf Videokassette im April 1992 nur in einer geschnittenen Fassung veröffentlicht wurde. Gut, dass allein nach dem Film jetzt noch nichts zu etwas Besonderem hat. Splendid in den 90er Jahren eigentlich irgendwann irgendeinen Film ungeschnitten veröffentlicht. Aber das, was den Film zu etwas Blöderem macht, ist, dass er dann auf DVD im Rahmen der Fighting Angels Collection ebenfalls nur geschnitten erschienen ist. Der Film ist seitdem zwar zum Beispiel Ende der 90er Jahre auf ProSieben ungeschnitten im Fernsehen ausgestrahlt worden, aber als Heimkino-Medium sowohl auf Video als auch auf DVD bis zum heutigen Tage nur geschnitten erhältlich. Und das um circa eineinhalb Minuten. Aber das hat mich schon irgendwie interessiert. Grundsätzlich liebe ich Hongkong-Action und vor allem mit der ganzen Backstory von dem Film habe ich mir gedacht, da werden wir jetzt nicht warten, bis irgendein deutsches Label daherkommt und sich die Rechte an diesem Film sichert. Vor allem, wenn das großartige, renommierte Label 88 Films hier bereits einmal in England vorgesorgt hat. Wir bekommen ein Logo, wo offensichtlich die Katze auf den Originaltitel des Films kacken möchte. Wobei die Katze auch ein kleines bisschen so ausschaut, als hat sie kleine Hühner-Dinosaurier-Füße. Oder hat derjenige, der das gezeichnet hat, schon jemals eine Katze gesehen? Ich meine, der Titelschriftzug grundsätzlich erinnert ein kleines bisschen, also ist relativ nah am Originaltitelschriftzug, wobei das linke Schriftzeichen mich hier auch ein bisschen an einen Space Invader erinnert oder an einen österreichischen Ex-Bundeskanzler mit Klavierzähnen. Aber wir finden dann hier offensichtlich unseren Black Cat Angel, der scheinbar Gängelsflügel in Form von Maschinengewehren wachsen. Die stellen wir jetzt beim Fliegen irgendwie ein bisschen unhandlich vor und vor allem kalt, wenn man sie einfaltet. Wobei gut, bei dem, was man da sieht, würde es mir jetzt nicht schnüren, wenn es ein paar Grad kälter ist. Aber wir haben dann dazu noch eben ein anderes Bild, das Ganze recht nett arrangiert. Es ist jetzt nicht unbedingt die Art von reißerischem gezeichneten Cover-Artwork, wie ich sie wirklich mag. Generell wäre das eigentlich ein Titel gewesen, der prädestiniert wäre dafür, dass er auch ein gezeichnetes Cover-Artwork von Kung Fu Bob bekommt. Aber stattdessen ist das Ganze hier etwas standardmäßiger ausgefallen. Aber wir können dann einmal aufs Backcover schauen. Da erfahren wir dann ein bisschen was über den Film. Nämlich eben einerseits über die Inhaltsangabe des Films und zum Beispiel tatsächlich, dass der Film eine Blaupause für Kill Bill von Quentin Tarantino war, was ich tatsächlich aber auch vor kurzem ja den komplett anderen Film gelesen habe. Also ja, Quentin halt. Und wir finden dann hier die Informationen rund ums Bonus-Material. So gibt es ein Booklet. Es gibt sogar auch eine englische Tonspur, was für Leute wie mich, die jetzt nicht unbedingt die größten Fans von Original-Ton mit Untertitel sind. Und wir haben ein umfangreiches Booklet. Aber zuerst schauen wir vielleicht einmal hier auf das eigentliche Keep Case mit dem Film und einem sehr seltsamen Cover-Artwork. Also ganz ehrlich, bei diesem Cover wundert es mich extrem, wenn das keine Comic-Verfilmung ist. Weil das sieht genauso aus wie irgendwelche Comic-Panels. Sieht doch relativ düster aus. Eigentlich düsterer, als ich mir den Filmern sich erwarten würde. Und hat dann hier auf dem Backcover natürlich noch einmal die grundlegenden Informationen halt ein bisschen anders arrangiert. Beziehungsweise dann noch andere Szenenbilder aus dem Film, als wir damals auf dem Schuber hatten. Schauen wir dann einmal ins Innere. Da wartet ja sogar noch ein Wendecover auf uns mit einem alternativen Motiv. Genau das sehen wir nämlich sogar, dass es sich, okay, auch bei der Katze um einen Ausschnitt aus dem Original-Titelschriftzug handelt. Damit hätte ich fast nicht gerechnet, aber dort. Das ist nämlich das alte Original-Poster-Motiv zu dem Film. Dazu haben wir dann, finde ich, einen deutlich cooleren Ausschnitt aus dem neueren Motiv auf der Disc. Und dann gleich einmal als Goodies in dieser Box ein Wendeposter. Das natürlich wie vom Label nicht anders erwartet. Doch ganz anders erwartet. Einen ziemlich orgen, ist das ein Druckfehler oder gehört das zum Motiv? Aber ich meine, das schaut irgendwie aus, als hätte die Katze versehentlich jemand zweimal eine kopiert. Aber diese Füße von dieser Katze, die kann mir niemand erklären. Hat von euch schon einmal jemals eine Katze mit solchen Füßen gesehen? Oder ist es eine Greifvogelkatze? Ich weiß es nicht. Sie ist außerdem noch mit sehr verpixelten Konturen hier dargestellt. Das sieht echt, echt komisch aus. Und nein, es ist auch hier auf dem neu gezeichneten Motiv, ist diese Katze irgendwie doppelt belichtet da oben. Und das ist scheiße. Das hätten wir niemals oder niemals derartig vergrößern dürfen. Dafür kriegen wir eben hier dann das Schuber-Motiv noch einmal ein bisschen anders arrangiert auf diesem Poster. Und natürlich noch nicht nur einen Satz heiße Ohren, sondern auch einen Satz heiße Foto-Aushang-Fotos. Mit... Oh, da ist schon wieder das scheiß Viehchen. Das ist so schier. Das ist so schier. Einerseits das drauf, andererseits dann natürlich hier ein paar Motive aus dem Film. Im Look der klassischen. Voilà. Aushang-Fotos. Ja, das haben sie wahrscheinlich nur eingefügt, damit wir uns alle freuen, dass die Katze nicht so sehr verpixelt ist, sondern eh nur moderat. Und last but not least können wir jetzt dann mal einen Blick auf eines der weiteren Highlights von dieser Veröffentlichung werfen. Denn neben dem Keep Case, neben dem Poster und neben diesen Fotos, ich meine, gut, solche Fotos sind für mich meistens eher, ja, wie soll man sagen, marginalrelevante Specials. Was genau, außer dass wir es uns jetzt einmal angeschaut haben, hat irgendjemand jemals mit solchen Dingen gemacht. Aber was sehr wohl wesentlich nützlicher ist, das ist ein Booklet. Und das Booklet bekommen wir in diesem Fall im Umfang von 40 Seiten spendiert. Auch hier mit der kackenden Katze hinten drauf. Und wir finden dann hier drinnen wahrscheinlich noch ein paar kackende Katzen mehr. Ich wäre eigentlich mehr dafür, dass wir den Film umbenennen von Black Cat auf Kacking Cat. Und wir haben dann da ein paar Ausschnitte, weitere Bilder aus dem Film. Ganz offensichtlich hier ein Interview mit dabei und einige Texte rund um den Film. Relativ coole Goodies. Schön gestaltet finde ich das Ganze eigentlich. Mittlerweile kann man ja auch schon fast dieses eine Katzenbild vergessen. Aber man muss sagen, für das kann das Label offensichtlich recht wenig. Weil nachdem das auf allen Designs so drauf ist, war das vielleicht auch schon beim Hongkong Originalmotiv. Ich kann das kaum vorstellen, aber wurscht. Es ist auf jeden Fall ein sehr netter Release. Kung Fu Bobs Designs hätten das Ganze natürlich noch aufgewertet. Aber auch so ist das ein stabiler, hochwertiger Schuber mit einem tollen Release von 88 Films. Und so einen Film, auf den ich persönlich wahnsinnig gespannt bin. Dario Argento ist ohne Frage einer der großen italienischen Regimeister aller Zeiten. Und hat einige der spannendsten, atmosphärischen und vor allem von der Kameraarbeit her wunderschönsten Thriller ever eingefangen. Und trotzdem hat er absolute Grütze gedreht. Ja, Dracula 3D, ich schau dich an. Und ich weiß, ich werde mich jetzt auch bei dem ein oder anderen unbeliebt machen. Aber ich mag auch Phenomena nicht besonders. Nein, seit ich den Film damals das erste Mal gesehen habe und mich dieser ungeahnt rockige Soundtrack ziemlich abgetörnt hat, bin ich kein großer Fan davon. Das heißt noch lange nicht, dass ich den Film so kacke finde wie Dracula. Keine Sorge. Aber es ist halt trotzdem einer der schwächeren Kult-Agentos. Trotzdem ist es natürlich ein absolutes Muss, den Film in jeder möglichen Arrow-Video-Fassung in meiner Sammlung zu haben. Weil ich muss generell jede Arrow-Video-Fassung in meiner Sammlung haben. Und da haben sich ja bei dem Film Phenomena mittlerweile phenomenal viele verschiedene Editionen angesammelt. Begonnen hat alles mit einer der ersten Editionen, die Arrow jemals überhaupt veröffentlicht hat. Damals übrigens sogar noch mit einem Cover-Artwork von Rick Melton. Das muss noch kurz vor der Zeit gewesen sein, als sie sich dann zerstritten haben. Bevor sie sich dann zerstritten haben. Es gibt auch noch eine Special Edition aus dem Jahr 2018, die bereits von dem neuen 4K-Master kommt. Eine Edition, die ich jetzt gerade aus welchem Grund auch immer in meinem Regal nicht finde. Aber ich habe sie natürlich ebenfalls herumstehen. Und jetzt wurde auf Basis von diesem selben 4K-Master einfach dieses selbe 4K-Master veröffentlicht. Nämlich in 4K. Das waren sehr viele Worte, um sehr wenig zu erklären. Aber was ebenfalls interessant ist, ist, dass man natürlich jetzt für diese neuen 4K-Argento-Veröffentlichungen einen relativ einheitlichen Stil geschaffen hat, der jetzt zwar nicht per se meinem persönlichen Wunschstil entsprechen würde. Ich finde, dass man hier wesentlich mehr eigentlich rausholen hätte können aus den Argento-Klassikern. Aber offensichtlich ist dieses eine billige Motiv mit einem Farbklecks da hinten etwas, was Arrow glücklich macht. Gut, ich weiß, ich hätte jetzt bei Phenomena, ich hätte grundsätzlich immer die Wahl gehabt, auch zwischen einem Originalmotiv. Aber da wäre dann der italienische Titel auf dem Span gewesen. Und das will ich nicht. Und bei Phenomena hätte es sogar Arrow Store Exclusive eine Edition mit dem Creepers-Titel gegeben, wo dann halt aber einfach das Filmplakat so eine kopiert worden wäre, das ist auch Arsch. Und vor allem kann es ja natürlich nicht sein, wenn man jetzt zwei Versionen in dieser, zwei Filme in dieser Edition hat, dass man da jetzt dann abweicht. Nein, da hat man nach wie vor diese Frau, die mit einem Schmetterling eigentlich gerade, die sich quasi gerade überlegt, ob dieser Schmetterling zu einem Prinz wird, wenn sie ihn gegen die Wand wirft. Aber wir haben neben diesem schlichten und jetzt zugegebenermaßen nicht sonderlich ansprechenden Cover-Artwork dann auch auf dem Backcover relativ wenig zu sehen. Aber was vielleicht interessant ist, ist, dass wir hier sogar wieder mal ein Zwei-Disc-Set haben, das nämlich sowohl die original italienische Version als auch die internationale und auch die Creepers-Version als auf einer 4K-UHD finden. Und es sind alle drei Versionen eben auch tatsächlich als nativer 4K-Transfer mit Dolby Vision und HDR10 enthalten, weil es sich eigentlich ziemlich cool findet. Davon sind ein paar Versionen sogar neu in 4K gemacht worden. Wir schauen jetzt einfach einmal einen kleinen Blick auf den Inhalt von diesem Set. Wir bekommen eben grundsätzlich hier dasselbe Artwork wie auf der Box außen, dann auf dem Case. Aber wenn wir das Ganze wenden wollen, könnten wir es und hier dieses typische italienische Original-Plakat-Motiv finden, das mir zwar recht gut gefallen würde, aber ich mag es halt nicht, wenn da so ein Rahmen drauf ist. Das ist ja auch nichts Neiges. Dann haben wir hier im Inneren eben ein bisschen Werbung zu anderen Titeln, Aushangfotos, die wir uns gleich anschauen und dann hier die beiden 4K-Disks mit eben den verschiedenen Fassungen von dem Film. Und ja, wie von Arrow gewohnt, gibt es auch dieses Mal beim 4K-Release ausschließlich die 4K-Disks und keine zusätzliche Blu-Ray-Version. Wobei gut, wenn das eben ein neuer Release ist von so einem Kultfilm, dann kann ich das auch fast noch nachvollziehen, weil man denkt, ja, alle anderen haben den eh schon in 10 verschiedenen Versionen in meiner Sammlung, was ja auf mich auch tatsächlich wirklich zutrifft. Aber wir haben dann hier diese ganzen Aushangfotos dabei und können dann auf die anderen Goodies von der Edition blicken. Da lächelt mich zum Beispiel eben gleich einmal auch in dem Fall wieder ein Poster an. Das hat in dem Fall hier das neu gezeichnete Arrow-Motiv, das ja, wie gesagt, wenn es größer wird, davon nicht zwangsläufig schöner wird. Aber man darf ja noch gespannt sein. Ich meine, es ist schon ganz nett. Es wird tatsächlich ein bisschen cooler, wenn es größer wird, weil ich finde, das Ganze lässt es ein bisschen mehr gezeichnet und irgendwie ein bisschen cooler wirken. Aber schauen wir mal, was man... Holy freaking hell! Das ist natürlich eine nette Überraschung hier. Ein bisschen offensichtlich, also offensichtlich asiatisches, aber ich frage mich, Hongkong-Poster, Fragezeichen, oder japanisches, ich glaube eher japanisches, Poster zu bekommen. Das sieht schon relativ cool aus und das ist wirklich ein Motiv, das man vor allem in unseren Breitengraden relativ selten gesehen hat von dem Film. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein persönlicher Stil ist und ich es mir jetzt nicht unbedingt irgendwo aufhängen müsste, aber es ist auf jeden Fall eine coole Beigabe für den Release. Und dann werfen wir hier auch einen Blick natürlich wieder auf das Booklet. Da haben wir das zweite für diese Edition gemachte Motiv und deswegen finde ich schon, dass das hier... Ah, das ist dann auch noch das Backcover-Motiv. Sechs, die Seite habe ich vergessen. Das lässt das Ganze dann natürlich schon bei dieser Edition ein bisschen besser passen, als dann vielleicht mit einem anderen Frontcover draußen. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich sich Arrow hier dann auch eines gewissen Material-Recyclings nicht ganz unschuldig macht. Weil wir haben ja bis jetzt quasi... Mein Höhepunkt ist ja dann, dass wenn man das Backcover von der Box als Frontcover vom Booklet nimmt, dann bleibt einem da einfach nichts mehr übrig. Und statt dass man dem Grafiker noch ein paar Pfund am Tisch legt, dass er dafür, dass er extra Grafik macht... Nein, wir haben einfach dasselbe Motiv überall drauf auf den beiden Discs. Ja, da haben wir eh die zwei Dinger zur Auswahl. Und dann, wenn es um die letzte zu designende Fläche geht, upsie daisy, da sind wir dann recht schnell weg. Ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir solche Sachen immer wieder ganz gerne vor, wenn dann irgendwie der Mitarbeiter zum Arrow-Video-Boss sagt, Hey, Chef, wir können das Produkt noch nicht in die Druckerei schicken, wir haben noch kein Backcover vom Booklet. Und dann sagt er so, ja, das machen wir gleich, ich gehe nur schnell Zigaretten holen. Und dann hat man so, wie bei den klassischen alten Simpsons-Folgen, hört man dann dieses... Pfff... Wie er mit dem Auto die Flucht ergreift und ja, passt, dann wird es halt so weggeschickt. Ist ja auch wurscht. Aber was ich persönlich natürlich absolut genial finde, ist, wir haben hier die ganzen Fassungen von Phenomena in 4K. Wir haben natürlich auch optionale englische Tonspuren und so weiter. Und ich bin echt gespannt, wie lange es dauern wird, bis solche Filme dann irgendwann einmal auch bei uns in 4K ankommen und ob man dann ansatzweise mit den Arrow-Mastern arbeiten wird können, weil Arrow ja bekanntermaßen nicht so wahnsinnig gerne was hergibt. Von daher denke ich mir, bevor da irgendwo eine Lücke in meiner Sammlung ist, hole ich sie mir, auch wenn Arrow, naja, also ganz ehrlich, immer noch die schönste Phenomena-Edition mit ihrer allerersten Version abgeliefert haben. Danke, Rick, an der Stelle. Und das Ding zwar inhaltlich geil ist, aber optisch... Bei manchen Dingen ist es absolut großartig, wenn sie nach unten gehen. Beim Skifahren zum Beispiel. Bei anderen Dingen wieder ist es furchtbar, wie beim Aktienmarkt. Und bei ganz wiederum anderen Dingen hängt es einfach nur von der Geschwindigkeit ab. So bei Flugzeugen oder aber auch Aufzügen. Und ich weiß nicht, ob es hier noch einige andere Klaustrophobiker gibt, die sich jetzt nicht so wahnsinnig wohl fühlen in diesen nach oben und unten gleitenden Stahlsärgen. Aber in einem Lift festzustecken ist doch tatsächlich für viele von uns ein relativ unangenehmer Gedanke, der uns doch wirklich das ein oder andere Mal schon dazu getrieben hat, am Ende doch die Stiegen zu nehmen. Und ein Film, der sicherlich auch ein bisschen maßgeblich dazu beigetragen hat, stammt aus dem Jahr 1984 und wurde von dem Regisseur Karl Schenkel inszeniert. Der unter anderem auch Night Moves, sehe ich, gedreht hat und die Hexen von Bay Cove, tatsächlich Filme, die in meiner Sammlung sind, so wie eben die Hexen in einem Super Spooky Stories Media Book. Und der zuletzt eine Verfilmung von Agatha Christie's Mord im Orient Express im Jahr 2001 gedreht hat, bevor er dann 2003 verstorben ist und dessen Filmdebüt, das muss ich noch erwähnen, ein Film namens Graf Dracula in Oberbayern war. Ein Film, den ich verdammt nochmal ganz dringend sehen möchte. Eine Erotik-Horror-Komödie mit dem Alternativtitel Graf Dracula beißt jetzt auch in Oberbayern. Wusste gar nicht, dass der Weißwürste mag. Ich hätte mir eher gedacht, dass Graf Dracula mehr so auf der Blutwurstseite des kulinarischen Enddarmspektrums ist. Aber lassen wir das, das klingt genial. Bleiben wir bei einem Thriller, den ich tatsächlich vor etlichen Jahren gesehen habe, nämlich noch zu der Zeit, als ich als recht junger, aufstrebender Filminteressierter immer wieder bei den Wühl- und Grabbelkisten unterwegs war und damals halt relativ viele DVDs von Labels wie Best Entertainment, Cineplus, Mava, VCL oder Laser Paradise gekauft habe, weil das halt Dinge waren, die man um 2,90 Euro irgendwo gekriegt hat und die ich mir demnach leisten konnte. Und die DVD von Laser Paradise zu Abwärts war tatsächlich eine der frühen DVDs, die ich in meine Sammlung aufgenommen habe und wo mich der Film tatsächlich wirklich gepackt hat. So sehr, dass ich ihn zwar nach wie vor immer nur einmal gesehen habe, weil ich mich an nicht wirklich tolle Bildqualität erinnert habe und naja, mittlerweile auch andere Sachen irgendwie zum Schauen habe. Aber ein Film, wo ich mir immer wieder gedacht habe, wenn der in einer neuen Version rauskommt, dann hole ich ihn mir. Und das ist jetzt passiert mit reichlicher Verspätung und demnach auch dem Umweg über Ebay, weil ich Idiot das Vorbestellfenster verpasst habe. Grundsätzlich hätte ich mir auch lieber das andere Cover geholt, weil ich dazu sagen muss, dass in dem Fall beide Cover von Subkultur nicht so ganz meinem Geschmack entsprechen. Das B-Cover hätte mich persönlich etwas mehr angesprochen, weil ich halt einfach nicht der große Fan von, well, dem hier bin, weil immerhin lesen wir kein Buch für Schwersichtige, sondern haben es mit einem Filmplakat zu tun. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das, was hier auf diesem Case ist, das alte deutsche Kinoplakat dieses Films ist. Gerade erst habe ich gelesen, dass wenn man auf Facebook Werbung schalten will, dass die die Wörter auf einem Bild abzählen und dann Werbebeiträge sperren, wenn mehr Text als Bild irgendwie enthalten ist. Also ich glaube, auf Facebook könnte man für das Cover keine Werbung machen. Aber was ich sehr cool finde, ist, dass das Ganze halt wirklich eingerahmt ist, genauso wie man es von der Reihe gewohnt ist. Auch wenn ich mir gerade denke, hey, diese Tradition von den Nummern 14 und 15 mit den gezeichneten Timo Würz-Covern hätte man ja wohl gerne beibehalten können. Aber nein, dazu schauen wir uns vielleicht einmal an, weil das ist etwas, was Subkultur und die Edition Deutsche Vita halt absolut großartig können. Das ist dieser einheitliche Look und den hat man hier absolut phänomenal geschafft und absolut großartig beibehalten. Alle Seiten, alle Elemente von dieser Reihe sind nach wie vor fantastisch. Das Einzige, das ich persönlich bei dieser Edition etwas schade finde, ist die Tatsache, dass man sich offensichtlich ein kleines bisschen vermessen hat. Denn man hat, wenn man das Ganze eben genau beobachtet, hier ein etwas breiteres Digipack als für die bisherigen Nummern gewählt. Das liegt einfach daran, dass es sich bei Abwärts um ein 3-Disc-Set handelt und nicht wie jetzt beispielsweise, nehmen wir das als direkten Vergleich, bei der Nummer 15 Succubus um ein 2-Disc-Set. Das Problem, das man offensichtlich aber bei Subkultur dabei vergessen hat, ist, dass das 2-Disc-Tray genauso dick ist und breit ist wie das 1-Disc-Tray. Weswegen wir jetzt hier einfach wahnsinnig viel Luft in diesem Digipack haben. Und das ist tatsächlich aus mehreren Gründen ein Problem. Einerseits ist die Einheitlichkeit dadurch im Regal tatsächlich ein bisschen kompromittiert worden, weil ja, auch die Breite zählt da dazu. Ich meine, wenn es wirklich eine dickere Edition wäre, dann würde es ja passen. Aber für die Edition selbst ist es ja gar nicht notwendig. Das ist ähnlich wie so eine Chips- oder Cornflakes-Backung, wo halt die Hälfte aus Luft besteht. Aber das tatsächliche Problem, das daher kommt, ist, wie zum Teufel soll man dieses Ding verschicken, ohne dass es kaputt geht? Und so habe ich zwar das Ganze über Ebay gekauft und einen Verkäufer gefunden, der sich wirklich Mühe gegeben hat, das einzupacken. Aber das ist unmöglich, dass man das so verpackt. Ich meine, ganz ehrlich, das müsste man ja als in 200 Lagen an Folie einwickeln und dann in einem riesen Paket verschicken, dass da nicht irgendein Druck ausgeübt wird. Das ist einfach um zwei Millimeter vermessen. Und das ist endschade, weil eben in dem Fall nicht nur die Einheitlichkeit darunter leidet im Regal, sondern halt leider auch wirklich die Haltbarkeit und die Verschickbarkeit. Und das ist gerade dann blöd, wenn es sich um eine Edition handelt, die man zu 90% nur im Versandhandel bekommt. Und leider, da wäre mir wirklich lieber gewesen, man hätte eben noch rückblickend auf ein anderes Trade zurückgegriffen, dass das dann halt auch wirklich passt. Aber leider ist das hier eine Fehlbemessung. Aber bevor wir jetzt zum eigentlichen Digipack kommen, schauen wir da noch einmal auf das Backcover. Da finden wir die Inhaltsangabe zum Film, auch ein sehr, sehr bekanntes Motiv von Götz-George. Und dann die Informationen rund um alle Inhalte von dieser Ausstattung. So ist an der Stelle womöglich interessant, dass es zwar die Kinofassung, die Standard-Kinofassung von dem Film auf Blu-ray und als 4K-UHD gibt, dass es aber auf Blu-ray dann auch noch eine erweiterte alternative Schnittfassung gibt, wo dann zum Beispiel diese alternative Szene, die ein bisschen über 5 Minuten ist, und in der Kinofassung nicht enthalten war, in den Film integriert wurde. Auch eine recht coole Sache, offensichtlich eben aufgrund der Tatsache, wo das Material herkommt, nicht auch auf der UHD seinen Platz gefunden hat. Aber wir bekommen dann eben grundsätzlich das Digipack so, wie wir es von der Reihe gewohnt sind im Bekanntenlook. Und auch das Innere von diesem Set ist so gestaltet, wie man es kennt. Wir haben einerseits hier auf einem Tray die 4K-Disc im gewohnten Edition Deutsche Vita-Look, haben unterhalb eben vom Booklet hier, das ist zum Beispiel das eine Bild, das wir in erster Linie kennen, das Motiv vom Kinoplakat. Und dann haben wir da auf der rechten Seite eben auf diesem Doppeltray hier, die Blu-ray, beziehungsweise dann den Soundtrack. Und hier die drei Bilder vom Inneren, was ich recht cool finde, die Soundtrack-CD scheint ungefähr, als wäre sie zur Hälfte circa voll. Wie lang sie genau läuft, kann ich nicht einschätzen, aber es sind genau 18 Tracks, die auf dem Soundtrack enthalten sind. Vielleicht gibt es ein Track-Listing auch noch irgendwo im Booklet, das fände ich an der Stelle recht praktisch. schnell einmal durchgeblättert, öh nein, weil tatsächlich ist die Disc selber irgendwie der, wie soll man sagen, unpraktischste Ort, um ein Track-Listing für eine CD unterzubringen, weil wenn die CD im Player ist, kann ich das Track-Listing auf gar keinen Fall sehen. Aber grundsätzlich eben trotzdem, wie von der Reihe gewohnt, recht schick gestaltet. Und last but not least eben jetzt hier der Blick durch das Booklet, das hat glaube ich auch dieses Mal wieder einen Text genau von Stefan Jung mit dabei und dazu dann auch ein paar Bilder aus dem Film. Das Ganze in dem gewohnten, schlichten, aber trotzdem finde ich vor allem sehr schön lesbaren und gut gemachten Look. Und so muss man am Ende wirklich sagen, dass es tut mir wirklich wahnsinnig leid, weil ich weiß, dass Subkultur ein großartiges Label ist, das sich extrem bemüht bei ihren Veröffentlichungen und dass sie das wirklich großartige Dinge abgeliefert hat und auch diese Edition Deutsche Vita ist ein verdammt tolles Ding und ich weiß, dass ich ein absolut kleinlicher Monk bin, aber dass hier diese schwere Vermessung, egal in welchem Stadium der Produktion das jetzt zustande gekommen ist, ob eben ein anderes Tray erwartet wurde und dann ein anderes verwendet wurde und dass Digi eigentlich eh von der Größe her ganz richtig gemacht wurde, aber das ist eine Katastrophe, das ist unverschickbar, das ist fast unhandelbar und dann natürlich eben noch gepaart mit der Tatsache, dass es aufgrund der unterschiedlichen Dicke dann auch noch außen im Regal abweicht, eben abgesehen davon, dass es kaum möglich ist, eine komplett unbeschädigte Version davon zu bekommen. Es tut mir leid, es ist ein großartiges Achievement, dass wir einen der wahrscheinlich spannendsten Thriller Deutschlands hier jetzt in einer 4K-Version haben und ich bin kleinlich, aber das macht das Ganze für mich eigentlich eher zu einem Kandidaten für eine der größten Enttäuschungen des Jahres 2022 und das tut mir so weh, das zu sagen, weil weder Subkultur noch die Edition Deutsche Vita hat sich das verdient, aber das haben sie verkackt. Und damit habe ich hoffentlich das Unboxing nicht verkackt und auch noch nicht den bisher geposteten Teil von diesem Sammlungsupdate, aber jetzt kommen wir zu einem Teil, auf den ich schon wahnsinnig gespannt bin, der definitiv schwerste Teil in diesem Sammlungsupdate steht im wahrsten Sinne des Wortes, glaubt's mir das, das Backel habe ich fast nicht da heben können. Ich werde das jetzt ungefähr so machen, dass das dann hier steht und passt und wir das, so ist es glaube ich gut, so können wir uns dann die Bücher auch ganz gut anschauen und wir starten jetzt einfach mit dem, was ich mir hier vom Darkside Magazin geholt habe, beziehungsweise ist das natürlich toll, weil die Kamera kann das überhaupt nicht leiden, deswegen werde ich einfach in dem Fall immer gleich einmal das nächste Ding schon vorher herlegen, damit die Kamera was zum Fokussieren hat und, oder zumindest, zu Recht komplett eskaliert. Willkommen zurück in der wilden Welt von Rick Melton und zu seinem zweiten Susie Mack, A Fistful of Susie. Ein Titel, wo sich die meisten wahrscheinlich sofort fragen, Susie, Susie, who the fuck is Susie? Und die Antwort darauf ist komplizierter, als man wahrscheinlich glauben mag, Susie ist aktuell mehr oder weniger die Muse von Rick Melton, ein Charakter, mit der er gerne verschiedene Situationen zeichnet, verschiedene, auch teilweise Fake-Filmposter und Filmplakate und halt einfach gerne seiner kranken Kreativität freien Lauf lässt und das, wenn er das macht, dann wird das geil. Übrigens, es ist das Susie Mack Nummer 2, die Nummer 1 hieß Susie screams again und da muss ich leider noch irgendwie schauen, dass ich da dran komme, weil die erste Ausgabe ist ausverkauft. Aber diese zweite Ausgabe von diesem Magazin habe ich hier bekommen und ich muss gleich einmal warnen, ich glaube, das Teil ist nicht ganz jugendfrei, aber wir haben in dem Fall jetzt kein Buch vor uns, sondern eben ein Heftchen, ein Magazin mit 68 Seiten und da finde ich schon einmal die erste Seite absolut großartig aufbereitet. Hier übrigens der Meister persönlich, Rick Melton, in einem ziemlich coolen und sympathischen Bild, muss man sagen und dann bekommen wir da ein paar Rubriken eben mit den Fake-Plakaten, den Fake-Motiven von Fuzzbucket Pictures. Es sind quasi DVD-Reviews von DVDs, die es nicht gibt, aber wo ich sagen muss, dass auch wenn mich diese Filme nicht interessieren, die Ideen, die Rick Melton da hat, sorgen dafür, dass ich sie mir definitiv zulegen würde, wenn sie kommen. Ja, auch das Dark Side Filmmagazin kommt immer wieder mit Motiven von Rick Melton daher, aber das ist halt einfach das Problem mit Brexit und internationalem Versand und dem ganzen Blödsinn, da kann ich mir trotz Rick Melton einfach kein englischsprachiges Filmmagazin regelmäßig nach Hause holen und warte einfach nur darauf, dass es dann vielleicht Zusammenfassungen in Buchformen gibt, wie wir dann später sehen werden, beziehungsweise eben Rick persönlich dann hier einzelne Kollektionen mit seinen Artworks postet, die ja wirklich einfach beeindruckend sind, hier die Bride of Frankenstein und generell hier ein bisschen was Klassisches mit Boris Karloff oder Christopher Lee auf der linken und rechten Seite. Das ist einfach fantastisch und ich mag nämlich bei Rick Melton, weil er nicht nur einen lustigen und coolen Zeichenstil hat, sondern auch einen ziemlich coolen Schreibstil, sind alleine die Beschreibungen von seinen Bildern hier übrigens deutlich zu erkennen, das deutsche Mediabook-Cover von Late to Rest 1 und 2 und ich habe schon vorher ein bisschen durchgeblättert, ich weiß, uns werden noch einige andere begegnen. By the way, hier zum Beispiel, hier ein Beispiel für seine Filmbeschreibung von Machine Girl 2, was absolut perfekt passt. Ich habe es nicht verstanden, aber es hat nicht geholfen, dass es auf Japanisch ist und die Großteile der Dialoge bestehen, aber ja, das ist absolut wahr. Und hier dann noch ein Cover, das wahrscheinlich offensichtlich sogar 8 Films abgelehnt hat für den Release von Maniac Driver, weil den bringen sie ja bald. Da ist das tatsächliche Rick Melton-Cover, das sie dann bringen, ein etwas harmloseres, aber hier eben zum Beispiel auch ein Cover von Nightmare Symphony und allein die Tatsache, dass hier ein Cover von Tokyo-Go-Police ist, das könnte vielleicht als Hinweis darauf verstanden werden, dass wir in Bälde ein Tokyo-Go-Police-Media-Book mit Rick Melton-Cover bekommen und natürlich kann man einige von diesen Motiven auch noch als T-Shirt tragen und ich denke mir, das wird sicher ganz lustig in der Fußgängerzone oder beim Einkaufen, wenn man damit herumläuft. Aber da sehen wir eben wirklich, was dieses großartige Talent eines Rick Melton uns ermöglicht. Und wie gesagt, das ist so lustig, weil es ist ein Magazin, das basiert auf einer fiktiven Person und trotzdem dermaßen unterhaltsam ist, dass ich es einfach gerne in meiner Sammlung habe und gerne durchblätter und mir sicherlich noch auch die Zeit nehmen werde, die ganzen Artikel durchlesen möchte, eben vor allem hier die DVD-Reviews von Fuzzbucket Pictures. Das sind eben diese Fake-DVD-Cover und ganz ehrlich, Shark'n Fanny and Spunk'n Squid Beach Bullies erteilt mehr on Shit Street. Ah, ist das geil! Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Rick Melton seine großartige Arbeit fortführt und es noch viel mehr von diesem Zeug bringt, weil das ist echt so lustig, dass ich mich sehr, sehr drüber freue, das in meiner Sammlung zu haben. To infinity and beyond! Das sagte Buzz Lightyear oder in dem Fall eher Fuzzbucket Lightyear. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist die Unendlichkeit natürlich was Wahnsinniges Spannendes. Schon Albert Einstein hat angeblich irgendwann einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die unendlich sind. Das Universum und die Dummheit der Menschen, wobei er sich beim Universum gar nicht einmal so sicher ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die man mit Infinity in Verbindung bringen könnte. Beispielsweise die diversesten Cheats, die ich auf meiner Playstation damals eingegeben habe für Infinite Health, Infinite Ammo, Infinite Lives und am besten dann, keine Ahnung, noch jemand anderer, der das Spiel dann für mich spielt, weil, man, warum spielt man dann überhaupt? Aber die Unendlichkeit ist natürlich irgendwas Spannendes, weil man bei Dingen, die man sich nicht erklären kann, dann noch gerne irgendeinen Schess direkt daher schwurbelt. Warte mal, ich bin jetzt kurz abgelenkt worden, Entschuldigung. Ja, weil man dann halt eben auch vielleicht ein bisschen Angst hat vor dem, was man nicht versteht und im Endeffekt dann glaubt, dass dort kleine grüne Männchen wohnen, die irgendwann einmal auf die Erde wollen. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Genre. Natürlich von den Klassikern wie Metaluna 4 antwortet nicht bis hin dann zu Mars Attacks ist das Genre ja mittlerweile schon, naja, man kann sagen, einige Buchseiten angewachsen. Insbesondere, weil man ja die Invasion aus dem Inneren der Erde, nein, generell, relativ breit fächern kann, wenn wir uns anschauen, was wir hier in den 50er Jahren gesehen haben, bis hin zu natürlich den klassischen japanischen Gummi-Godzilla-Filmen, das Ding und jemanden, der offensichtlich lügt. Und das ist sicherlich etwas, wo ich sage, das ist Grund genug, um daraus ein Buch zu machen. Im Jahr 2020 wurde es veröffentlicht, eben über das Infinity Magazin, wurde von Alan Bryce herausgegeben. Ah, das finde ich geil. Das zeigt nämlich, vor allem liebe ich es, dass diese Science-Fiction-Filme natürlich allesamt ein bisschen kindisch sind und dass dann das Buch auch so ähnlich aufgemacht ist. Und wir haben dann hier einige Filme, die hier erwähnt werden, auch einige Themenschwerpunkte, die hier erwähnt werden. Ich werde auch nur ganz kurz durchblättern, damit wir ungefähr einen Einblick in die Gestaltung und in die Aufbereitung von diesem Magazin bekommen und vielleicht gar nicht jede einzelne Seite herzeigen. Aber ich finde einfach, das ist sehr schön gemacht und man merkt einfach, dass Alan Bryce jemand ist, der schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten oder Jahrhunderten, Magazine herausgibt und dabei wirklich ein großartiges Auge dafür hat, wie man Dinge aufteilt, wie man Dinge gestaltet und aufbereitet, dass es halt einfach beim Durchblättern wahnsinnig viel Spaß macht. Und in dem Fall geht es halt eben um die guten alten Science-Fiction-Filme, wie wir sie, hier Quarter Mass in the Pit eben zum Beispiel, gerne auch von Anolis hierzulande, im Rahmen der Galerie des Grauensboxen zu sehen bekommen, aber natürlich eben auch einige komplett andere, modernere Sachen. Ich habe schon Life Force hier zum Beispiel gesehen, ich habe auch schon The End of World's End gesehen, hier The Thing und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich wirklich mag, wenn ich hier, ich natürlich dann für Videos oder sonstige Dinge recherchiere, ist es einfach ein tolles Nachschlagewerk dazu, dann natürlich hier ein paar großartige Poster, wie hier zum Beispiel zu einem von Invasion of the Body Snatchers, da fällt mir ein, das ist ein Motiv, das hätte ich gerne noch irgendwo auf einer Blu-ray. Und dann eben hier wirklich von den großen Klassikern bis hin zu neueren Produktionen gibt es hier einiges zu sehen und ich bin echt wahnsinnig happy, dass ich mir, ja, da ist sogar der klassische Ultraman, wo ich schon dazu gekommen bin, dass ich mir ein paar Staffeln aus Amerika hole, weil das ist ja auch eine Serie, die es nie bei uns gegeben hat. Und allein, wenn man es nur durchblättert, den Film hat ja Arrow Video gebracht, ein Film, wo ich immer noch nicht fassen kann, dass es den wirklich gibt. Und dann noch eine Abteilung für meine Lieblings-Kaiju-Filme. Das ist ein Hammer. So schön gemacht. Ach, ich bin echt wahnsinnig froh, dass ich mir auch dieses Buch in meine Sammlung geholt habe. Es war tatsächlich das Letzte, das ich in den Warnkorb getan habe. Einfach nur aus dem Grund, erstens, was mich wirklich interessiert und ich mir denke, dass ich es für die Reviews wirklich brauchen kann. Und andererseits, als Komplettist lasst man nicht, wenn zehn Bücher zum Bestellen sind, eines aus. Und ich freue mich wirklich über diese Entscheidung. Der Grund, warum es das Letzte war, ist, es war das Einzige, das kein Cover-Artwork von Rick Melton hat, aber trotzdem eines, das wahnsinnig schön ist. Und ich freue mich echt sehr, dass das in meiner Sammlung ist. Das wird mir sicher noch ein paar interessante Lesestunden bringen. Wenn man mich fragt, welche Filme ich persönlich am liebsten schaue, dann bin ich ehrlich gesagt ein bisschen hin- und hergerissen zwischen den guten alten Actionfilmen und den guten alten Horrorfilmen und den guten alten Komödien. Also grundsätzlich eher so das gute alte Zeug, aber vor allem bei mir auch das schlechte alte Zeug. Denken wir alleine an italienische Horrorfilme. Ich weiß gar nicht, warum mir der Gedanke einschießt, aber von den guten Sachen aller Lucio Fulci, Dario Argento, Mario Bava bis hin zum absoluten Bodensatz eines Claudio Fragasso oder Bruno Mattai kann man sich einfach wahnsinnig gut unterhalten lassen. Und deswegen finde ich es absolut genial, wenn man sich eben über diese Filme auch informieren kann. Ich habe ja vor kurzem mir ein relativ umfangreiches Nachschlagewerk über Lucio Fulci selbst zugelegt, habe von meinem lieben Zuschauer Frank Zito Original in einem Mystery-Paket ein Buch über Dario Argento bekommen und das über Bruno Mattai kommt sicher auch noch irgendwann. Aber jetzt einen Überblick über das Genre zu bekommen ist wiederum was ganz anderes. Ein ganz anderer Stil an Filmbuch. Alleine eben eine fast 200 Seiten starke Zusammenstellung an möglichen Kandidaten, die bald einmal in meinem Blu-Ray-Player landen können. Ich sehe hier natürlich schon Voodoo, ich sehe einige andere interessante Kandidaten, aber es gibt sicherlich welche, die es bis jetzt geschafft haben, irgendwie unter meinem Radar zu bleiben. Deswegen finde ich es absolut genial, dass Alan Bryce dann im Jahr 2020 einerseits natürlich das Talent von seinem Freund Rick Melton verwendet hat und hier ein großartiges Cover-Artwork für sein Buch abliefert, aber das ist eben hier auch das ein wundervolles Cover und ich finde auch ganz ehrlich alleine nur als Nachschlagewerk für die Rick Melton-Cover um zu sehen. Ja, das waren übrigens alle Rick Melton-Artworks in dem Buch, habe ich gerade gesehen, aber das natürlich eben schon hierzulande auch eingesetzt, wenn ich das ganz schnell ins Bild hole, als Cover-Artwork der großen Hardbox von Voodoo, die vor einiger Zeit über PCM veröffentlicht wurde. Das hier auch ein wunderschönes Motiv, das finde ich auch sehr, sehr cool. Die Essenz des Films einfängt, auch wenn es ein etwas ungewöhnlicheres Motiv ist, weil sonst wäre die Augenspritterszene auch noch dabei, aber finde ich schon einmal wahnsinnig genial, alleine diese Artworks dann auch noch als Nachschlagewerk im Buch zu haben. Wir haben fast 200 Seiten hier bei diesem Buch und das Ganze sehr, sehr schön aufgemacht. Wir werden auch in dem Fall nur jetzt recht kurz durchblättern und uns ein bisschen einen Überblick von dem verschaffen, was uns eben in diesem Buch erwartet. Und natürlich kenne ich mittlerweile dankenswerterweise schon wahnsinnig viele Filme, die hier vorgestellt werden, alleine manche wurden ja erst spät nach Deutschland geholt, aber trotzdem konnte ich sie schon sehen, aber es gibt natürlich auch ganz vieles, das ich bislang noch vor meinen Augen verstecken konnte und das will irgendwann einmal nachgeholt werden und da blätter ich dann eben einfach einmal durch und entdecke Dinge, vor allem für jeden Filmfan finde ich ist es allein diese Mischung hier an Filmbildern und das sollte ich nicht noch weiter nach hinten schieben die Kiste weil sonst fällt es mir runter aber ich könnte die Kamera auch weiter nach vortun so eben diese Mischung von Filmbildern und Poster Motiven gemeinsam mit ein paar Behind-the-Scenes Geschichten oder sonstigen lustigen Sachen das ist schon eine absolut geile Sache und ich freue mich drauf wenn ich dann endlich einmal Zeit habe mir das Ganze noch genauer durchzulesen jetzt schaffe ich es ja nur einmal hier ein bisschen durchzublättern durch diese fast 200 Seiten aber wenn da mir macht das ja schon einmal alleine dadurch dass es in Farbe ist schon einmal ein bisschen mehr Spaß als wäre es nur in Schwarz-Weiß alleine dass wir hier dieser Special-Effekt ist immer noch einer der besten der gesamten Filmgeschichte ich bleibe dabei natürlich viel über Fulci mit einigen gorigen Bildern also wäre dieses Buch vor einigen Jahren in Deutschland veröffentlicht worden hätte man es wahrscheinlich sogar noch indiziert aber ich glaube man kann hier einer Meinung sein mit mir dass das einfach wirklich ein wahnsinnig schön ist und das ist etwas das so was finde ich immer wieder ganz arg ich weiß es sollte mich nicht so verwundern wenn es in einem Buch irgendwie thailändische asiatische sonst was Poster Motive gibt aber trotzdem fasziniert es mich immer wieder ein deutsches Kinoplakat Motiv in einem internationalen Buch zu finden oder einen deutschen Titel irgendwo zu lesen natürlich eben auch die Kannibalen Filme sind erwähnt die gehören ja auch zum italienischen Kino dazu insgesamt wieder mal eine absolut wundervolle Sache gekauft tatsächlich in erster Linie wegen dem Rick Melton Artwork und dann geliebt für das was es wirklich ist das ist wirklich toll gestaltet toll gemacht und kann ich echt nur jedem Fan von italienischen Filmen empfehlen Filme können aus ganz verschiedenen Gründen zu einem Klassiker werden beispielsweise Tommy Wiseau's The Room einfach nur aus dem Grund weil er scheiße ist aber auf eine ganz faszinierende Art und Weise scheiße und wenn man bedenkt wie Tommy oder Johnny das hat er wahrscheinlich gemacht damit er sich nicht so viele neue Buchstaben merken musste in dem Film mit den anderen Leuten umgeht kann man ihn ja fast schon als Monster als fast klassisches Filmmonster bezeichnen und vielleicht finden wir demnach auch in dem Buch über Classic Screen Monsters einen Artikel über Tommy wo ich glaube eigentlich eher nicht weil wenn ich mir das Cover das übrigens großartigerweise wieder mal von Rick Melton gezeichnet wurde anschauen dann weiß man dass das klassisch hier in Classic Film Screen Monsters definitiv groß geschrieben wird wir sehen sie hier alle vom Dracula über den Wolfman bis hin zu Frankenstein Aquaman hätte ich jetzt schon fast gesagt vielleicht seinen wirklichen Namen vergessen bis hin zum Unsichtbaren fällt mir eigentlich ein der Unsichtbaren muss der Film sein der man mit dem geringsten Budget realisieren kann einfach einen leeren Raum filmen und dann nachher drüber synchronisieren und sagen er ist da quasi das was ich jetzt gerade mache weil ich bin ja jetzt momentan in diesem Video ziemlich unsichtbar aber wir können dann einmal auf das Backcover des Films schauen da finde ich relativ cool diese kleinen Briefmarken Porträts von den Screen Monsters und dann hier natürlich die Beschreibung was uns in diesem Buch erwartet und zu Beginn schauen wir natürlich wieder auf die ersten Seiten da warten dann auch wieder Bilder von Rick Melton hier finde ich aufgrund der riesigen Vergrößerung gerade diese Leinwandstruktur extrem schön erkennbar und dann auch hier dann natürlich Dracula und in dem Fall auch wieder etliche Kapitel bei diesen 200 Seiten an Buch das ist echt spannend ich muss nur aufpassen dass die anderen nicht umfallen noch einmal und hier sogar mit Fotos von Merchandise und von ähnlichen Sachen drinnen da ist es natürlich genial natürlich sehr gut strukturiert nach Monster und von Dracula zu Frankenstein zu Hammer und so weiter das ist natürlich ganz naheliegend aber was ich recht cool finde ist das Buch ist ja aus dem Jahr 2021 und ist damit noch jünger als das Buch von Italian Horrors und man merkt vielleicht ein bisschen Billy the Kid vs. Dracula da kenne ich ja nach wie vor nur das Review vom Cinema Snob und man merkt dass es vielleicht von der Gestaltung her ein bisschen professioneller wird wobei man eigentlich ziemlich genau dasselbe klassische Template verwendet hat und halt eben einfach nur die Bilder und den Text austauscht hat aber das macht nichts weil warum soll man etwas ändern was sowieso schon gut funktioniert sowieso schon fantastisch aussieht ich finde auch diese alten Sachen und dieses Eingehen womöglich auf die tatsächliche Geschichte von diesen Monstern relativ interessant dass man eben vielleicht ein bisschen über diesen cinematografischen Tellerrand hinausblickt das ist ein recht interessantes Konzept und eine recht coole Idee und dann natürlich auch hier wieder von den guten Filmen bis hin zum absoluten Trash a la Joe D'Amato das ja die Rache des Pharao Dawn of the Mummy war glaube ich einer der ersten Filme aus der Trash Collection die ich gesehen habe weil ich damals noch bevor er in der Trash Collection erschienen ist mir die DVD von Screen Power zugelegt habe weil der sah irgendwie nach einem harten Film aus und dann dachte ich mir beim Anschauen ach du heilige Scheiße der ist kacke und ist er auch und wenn er nicht ganz so fad wäre dann wäre er sicher cooler aber er ist trotzdem teilweise ganz nett unterhaltsam auch hier gerade beim Schrecken des Amazonas mit einigen Behind-the-Scenes Fotos ausgestattet eine wirklich wirklich coole Sache und das eben alles die Bücher die ich in meiner eigenen Sammlung dann jetzt auch schon habe und finde ich auch hier wieder ein sehr sehr schön gemachtes Buchprojekt das wirklich wirklich Erwähnung verdient manche Filme sind einfach Hammer und manche Filme sind sogar von Hammer ich lasse mir raten ich bin der einzige der gerade lacht oder ja wundert mich nicht aber die Hammer Filme sind natürlich ein absolutes Stück britischer Filmgeschichte über das brauchen wir einfach gar nicht diskutieren und da trifft es sich natürlich gerade gut dass ein großartiges Label wie Anolis sich den Hammer Filmen verschrieben hat und uns mittlerweile schon über 30 Filme in ihrer Blu-ray Hammer Edition in absolut großartiger Qualität und mit fantastischem Bonusmaterial spendiert hat aber ich weiß dass das bei weitem noch nicht alles ist weil ich glaube 30 Veröffentlichungen von Hammer das verhält sich ungefähr so wie 80 von Shaw Brothers von den Shaw Brothers also ich nehme an es gibt noch ein bisschen was übrig und deswegen finde ich es eben ganz besonders spannend weil ich euch ja natürlich auch in Zukunft die ganzen neuen Veröffentlichungen aus der Hammer Edition wie eben in nächster Zeit dann ein toter Spielklavier der gerade eben auch in diesem Sammlungsupdate war und neben mir liegt vorstellen werde da ist es natürlich gut wenn ich dann auch noch etwas professionelles Recherchematerial habe um dann ein paar Informationen rund um diese Filme zu sammeln aus dem Jahr 2017 dürfte das eines der älteren beziehungsweise früheren Bücher eben hier von Ghoulish Publishing den herausgeben vom Darkside Magazin sein aber es war damals eben schon die Aufgabe von Rick Melton ein Cover für dieses Buch abzuliefern das einzige Buch glaube ich eines der wenigen Bücher die ich da habe nein das einzige das nicht von Alan Bryce geschrieben beziehungsweise geeditet wurde aber schauen wir eben einmal durch natürlich auch hier nicht das einzige Design von Rick Melton diesmal sind da sogar noch zusätzlich zum Cover vier verschiedene Bilder des guten Rick mit drauf aber ich nehme jetzt einmal an dass das Motive sind die ich bereits in seinem Buch Stunningly Savage irgendwo habe und irgendwie schon gesehen habe aber auch hier ist das Ganze natürlich sehr interessant dann unterteilt das ist jetzt eben nicht ein Kapitel es wird jetzt eben nicht in Kapitelstruktur ein Film nach dem anderen abgearbeitet sondern es geht hier wieder mal mehr um Themen denen die Filme dann zugeordnet werden und das schauen wir jetzt eben einmal durch ich finde man merkt ganz leicht nur dass dieses Buch einfach drei Jahre älter ist als das als die anderen es sieht von der ersten Wirkung her ist es eben ein bisschen älter und ein bisschen ja gut einfärbiger kann man nicht sagen weil wir sind eben gerade erst bei den ersten Filmen angelangt aber es macht natürlich finde ich optisch schon auch einen sehr guten Eindruck es zeigt die gewohnte Mischung aus Bildern aus dem Film aus Plakatmotiven natürlich dann aus Texten rund um das was uns die Hammer Filme geliefert haben und ich merke ja hier schon einige Filme da hat sich Anolis offensichtlich wirklich einige von den Schmuckstücken rausgesucht die da produziert wurden weil einige mittlerweile echt von diesen Bildern und von diesen Filmen erkenne ich schon einerseits natürlich von den Anolis Veröffentlichungen andererseits auch von dem was Indicator dann in England abgeliefert hat hier eben zum Beispiel The Taste of Fear genau der Film Ein Toter spielt Klavier den ich in Belde dann hier reviewen werde wo ich mich definitiv dann ein bisschen in diesem Kapitel des Buches aufhalten werde um zu schauen ob ich da noch ein paar Informationen für euch rausbekomme die ich sonst eben im Internet nicht gehabt hätte und ich bin ja echt der Meinung dass diese Bücher eine absolut geniale Sache sind weil natürlich im Internet gibt es alles Wissen aber man muss es finden das Wissen in diesem einen Buch ist limitiert aber dafür findet man es schneller wenn man weiß wo man sucht natürlich wissenschaftliche Arbeiten sind vielleicht im Internet trotzdem ein bisschen praktischer weil man halt schneller dorthin kommt und nicht ein ganzes Buch lesen muss um dann drauf zu kommen oh warte mal das hat mich ja gar nicht interessiert aber wenn ich weiß dass ich was über Hammerfilme wissen will und auf dem Buch groß Hammerfilme draufsteht dann ist es ja jetzt nicht so als betreiben wir großartige Forschung das ist auf jeden Fall wieder ein sehr schick gemachtes Buch vor allem aber natürlich auch mit einem sehr sehr coolen Cover Artwork von Rick nach dem großen Erfolg der Hammerfilm Productions dürfte sich niemand wundern dass es nicht allzu lange gedauert hat bis sich einige andere Filmstudios gedacht haben hey Geld das klingt irgendwie live und und damit begonnen haben in das Hammerfahrwasser einzutauchen und einfach ähnliche Filme gemacht haben und während dabei einige andere Studios auch relativ coole Filme rausgezaubert haben gibt es wohl keinen dessen Einfluss so groß war dass sie für lange Zeit als wirklich ernstzunehmender Hammerrivale gegolten haben die Rede ist dabei natürlich von Amicus einer Filmproduktionsfirma deren Einfluss auch heutzutage noch so groß ist dass alleine das großartige deutsche Label Wicked Vision mit einer Amicus Produktion ihre hauseigene Collectors Edition gestartet hat und im Zuge der letzten 50 Veröffentlichungen immer wieder gerne in diese Produktionsschmiede und das Archiv von Max J Rosenberg und Milton Zabatsky zurückgekehrt ist und lustigerweise hat der Verlag Ghoulish Publishing bereits ein Jahr vor dem hier bereits vorgestellten Hammerbuch sich gedacht hey Amicus klingt spannend und die gesamte Geschichte von dieser Filmproduktionsfirma aufgearbeitet Alan Bryce hat dabei natürlich wieder auf die Coverkünste seines Kumpels Rick Melton zurückgegriffen der hier finde ich für dieses Buch ein wirklich wunderschönes Artwork beigesteuert hat und das sich sehr sehr schön auf dem Frontcover macht außer das Einzige was mich da vielleicht ein kleines bisschen stört ist der Titelschriftzug weil das Wort Amicus liest sich irgendwie so als wäre es ausgebrochen irgendwo von den Wordart Schriftzügen aber schauen wir jetzt einmal auf das Backcover das ist in dem Fall ziemlich eins zu eins deckungsgleich mit dem was wir beim Hammerbuch gesehen haben und nach einem kurzen Blick auf den Backcover Text schauen wir dann ins Buch hinein und da finden wir einige sehr sehr interessante Sachen gleich einmal vorne weg zum Beispiel hier von Rick Melton das komplette unbearbeitete Covermotiv und dann ein paar weitere Details was mir am Anfang von dem Buch auf den ersten Blick gefehlt hat war ein Inhaltsverzeichnis aber ja das ist das Inhaltsverzeichnis absolut cool wie das hier in diese Tarotkarten mehr oder weniger integriert wurde das ist ein sehr 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 cleveres Element und dann bekommen wir neben einem weiteren großartigen Rick Melton Bild natürlich weitestgehend chronologisch offensichtlich beginnend bei den beiden Gründern von Amicus hier mit der Geschichte dieses Produktionsstudios eines das nämlich in England dann irgendwann einmal so einflussreich wurde dass es und dazu müssen wir jetzt ein paar Seiten überblicken um darauf zu kommen was ich vorher beim Durchblättern nämlich schon erspäht aber tatsächlich für lange Zeit wieder vergessen hatte nämlich Amicus sogar irgendwann einmal einen Doctor Who Film mit keinem geringeren als Peter Cushing als Doktor inszeniert hat und das weiß ich alleine auch deswegen weil Doctor Who and the Daleks in seiner streng limitierten und mittlerweile relativ seltenen und teuren Steelbook Auflage natürlich in meiner Sammlung ist aber wir blättern dann eben hier neben einem wirklich coolen Bericht nämlich dazu noch mit einigen Set Fotografien wo wir sehen wo einer hier in seinen Dalek hinein klettert einige wirklich coole Sachen auch diese Artworks sind hier wahnsinnig genial natürlich für mich sowohl als Fan von klassischen britischen Filmen als auch natürlich als reiner Doctor Who Fan ist es eine absolut geniale Sache hier ein bisschen einzutauchen und alleine eben im Vorbeiblättern die ganzen Bilder dazu zu sehen Scream and Scream Again eben auch ein Film der jetzt von Wicked Vision bereits veröffentlicht wurde natürlich auch hier viele Schauspieler die sich auch ein bisschen mit den Hammer Filmen überschneiden Tales from the Crypt war auch ein sehr sehr spannender Film Asylum natürlich auch in meiner Sammlung und wahrscheinlich noch wesentlich mehr Filme Madhouse die ich in der letzten Zeit gesehen und eben auch ausführlich hier auf meinem Kanal vorgestellt habe aber das eben hier als mehr oder weniger Kompendium und als The Land that Time Forgot eine der seltensten und immer noch teuersten Trash Collection Veröffentlichungen Nummer 16 oder 17 Caprona ist 17 in dem Fall absolut genial was hier zusammengestellt wurde eben auf über 160 Seiten ich finde auch relativ cool gestaltet wobei finde ich die späteren Bücher man merkt schon dass da ein bisschen mehr Erfahrung dahinter steckt was das Design betrifft aber es ist ein wirklich schönes Nachschlagewerk und ein wirklich wirklich schönes Buch schon Mad Max sah sich mit der Frage konfrontiert Can we get beyond Thunderdome was eine Frage ist die man sich wahrscheinlich auch als Fan der alten britischen Filmproduktionen immer wieder stellt nur halt Can we get beyond Hammer and Amicus eine Frage die Alan Bryce auf naja fast 200 Seiten eindrucksvoll mit einem Ja beantwortet hat offensichtlich da gibt es auch einige andere großartige und einflussreiche britische Filmproduktionen die es sich ebenfalls verdient haben ihnen ein eigenes Buch zu spendieren und das steht jetzt hier gerade vor uns natürlich wie bei den Büchern von Alan Bryce gewohnt hat auch dieses Mal wieder Rick Melton das Cover Artwork beigesteuert und sorgt dafür dass dieses Buch einfach verdammt genial aussieht ein wunderschönes Zusammenspiel Magic hier mit Anthony Hopkins beispielsweise erkenne ich gleich auf dem Frontcover und natürlich noch einige andere zu denen wir dann beim Durchblättern des Buches auch noch kommen ein Buch das im Jahr 2018 herausgegeben wurde aber mittlerweile eben über den Verlag Ghoulish Publishing immer noch erhältlich ist für diejenigen die sich dafür interessieren aber schauen wir mal was uns in dem Buch dann tatsächlich erwartet ach ja hier noch einmal ein Cover Artwork und ein Design von Rick Melton das ebenfalls sehr sehr schön ausgefallen ist hier noch einmal eine andere Version eben vom Frontcover Artwork und dann hier die Inhaltsangabe mit von diesem Buch wo man eben sieht man beschäftigt sich natürlich mit AIP da man beschäftigt sich einerseits in einem Kapitel mit den alten britischen Horrorklassikern zwischen 70 und 2000 und dann mit denen aufwärts aus der 2000er Reihe natürlich auch hier noch einmal ein wirklich schön gemachtes Rick Melton Bild und wir bekommen halt grundsätzlich das Standard Design das uns dieser Verlag immer wieder liefert aber eines das ich auch sehr schön finde und das hier finde ich allein schon mit diesen altertümlichen Gemälden und mit diesen alten Designs und Malereien finde ich sehr schön anfängt also ganz ehrlich dass die Geschichte des britischen Horrorfilms natürlich wie in allen Ländern auch in der Phase des Stummfilms beginnt ist ja logisch aber dass es in diesem Buch trotzdem Erwähnung und Beachtung findet das hat mich tatsächlich auch noch etwas überrascht und das finde ich wesentlich das finde ich extrem cool dass dieses Buch offensichtlich in seiner Aufarbeitung der britischen Filmgeschichte noch einmal einen einen Ticken tiefer ging als ich es mir erwartet hätte und auch hier wieder angereichert mit einigen wirklich coolen Bildern aus den Filmen mit einer schönen Struktur mit einer Menge an Filmplakaten wundervoll illustriert und dann eben auch noch mit einigen Texten rund um diese Filme die natürlich auch eine Menge an Filmen und Filmgeschichte zu bearbeiten hatten aber das ist ein absolut cooles Buch wieder mal und auch ein absolut geniales Nachschlagewerk das ich hier gerade in meinen Händen halte man darf nicht vergessen dass diese Bücher allesamt mit einem Preis von jeweils circa 20 Pfund nicht allzu teuer sind das große Problem ist halt nur wenn man nicht in England wohnt sondern in Österreich dann zahlt man nämlich bei so einer Bestellung wie ich sie aufgegeben habe gut und gerne einmal 60 Pfund für den Versand obendrauf aber auch mit diesem massiven Aufschlag finde ich immer noch dass es dass es sich definitiv gelohnt hat sich diese Bücher zuzulegen und sich das anzuschauen weil alleine das Durchblättern macht aufgrund des großartigen professionellen Designs einfach unglaublich viel Spaß hier sogar noch die Filme von Norman J. Warren erwähnt und es ist auch irgendwie relativ cool wenn man quasi als als Reviewer so wie ich immer wieder zu den selben Filmen und zu den selben Filmemachern zurückkommt und dadurch dass man sich eben mit so vielen verschiedenen Filmen beschäftigt trotzdem dann immer mehr die Zusammenhänge sieht und viel viel mehr entdeckt und viel tiefer in die Materie eintauchen kann als ich es mir ehrlich gesagt vor ein paar Jahren noch in meinen kühnsten Träumen erwartet hätte und solche Bücher tragen da definitiv gut ihr dazu bei weswegen ich die allen Fans von britischen Horrorfilmen in diesem Fall jetzt definitiv empfehlen würde jeder Filmfan kann mir wahrscheinlich ohne mit der Wimper zu zucken mindestens 20 Horrorfilme aufzählen die uns in den letzten Jahrzehnten auf der großen Kinoleinwand begegnet sind aber manche vernachlässigen dabei das kleine Detail dass auch der kleine Fernseher immer wieder mit gruseligen Horrorbildern überseht wird ich meine damit nicht nur die Nachrichten oder die immer wieder auftauchende Frage welcher unbekannte F-Promi jetzt irgendeiner Kakerlake des Arschloch auszutzeln muss nein auch fürs Fernsehen wurden ja tatsächlich immer wieder auch immer wieder einflussreiche und gute Horrorfilme produziert und das ist ein Thema mit dem ich mich bis jetzt zugegebenermaßen recht wenig beschäftigt habe aber wo es tatsächlich einige Leute gibt die das haben natürlich The Walking Dead ist jetzt mal gleich das klassische Beispiel aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken fast 200 Seiten mehr zu entdecken und das ist eines der Themen denen sich der britische Horrorautor Alan Bryce gewidmet hat und auch zu diesem Thema hat er ein Buch herausgegeben wo wieder mal Rick Melton das Cover Artwork beigesteuert hat und wo ich wieder mal mir gedacht habe ja das hätte ich gerne in meinem Regal stehen aber nicht nur aufgrund des Cover Artworks sondern auch aufgrund des wirklich interessanten Themas und der Tatsache dass man sicherlich auch im Fernsehen wenn jetzt auch nicht die großen Gore Kanonaden aber wahrscheinlich eine Menge an atmosphärischem Grusel entdecken kann alleine die klassische Horror die klassische Science Fiction Fantasy Serie Doctor Who hat einige interessante Horror Episoden zu bieten allein die letzte die ich euch hier auf meinem Kanal ausführlich im Blu-ray Check vorgestellt habe nämlich Horror im E-Space basiert zu einem großen Teil auf den britischen Filmklassikern der Hammer Productions aber wir sehen dann natürlich eben auch hier im Inneren von diesem Buch einige Artworks von Rick Melton und damit haben wir schon alle Artworks von Rick Melton gesehen die es dann in diesem Buch zu sehen gibt aber wir finden dann eben hier einige Sachen und ja natürlich die Hammer Produktion des Hammer House of Horrors wird uns sicherlich irgendwo begegnen aber ich meine schaut sich allein diese Bilder an schaut sich Donnie Darko auf LSD an oder den Creepy Piddle Bear oder ist das der Erklärbär oder ist der Erklärbär der in eine Schlammgrube gefallen ist und noch einige andere Elemente wie hey wir haben kein Geld für eine Maske nehmen wir einfach ein Stoffsäckchen ja das hat ja natürlich der Jason auch schon einmal hinter sich aber ja auch Freddy Krueger hatte eine Fernsehserie die großartige Tales from the Crypt Reihe darf man in diesem Fall natürlich auch nicht vergessen und vernachlässigen aber wenn wir das Ganze natürlich chronologisch angehen wollen und es hier in einem Buch damit beschäftigen wollen dann beginnen wir wahrscheinlich nicht Ende der 80er Jahre mit Tales from the Crypt nein dann beginnen wir schon weitaus früher wo das Fernsehen noch schwarz-weiß war und die Ärsche von der BBC irgendwann einmal Mitte der 70er Jahre alles von ihren Masterbändern gelöscht haben das war wirklich eine ganz ganz dumme Idee aber manche Serien bleiben uns eben auch heute immer noch erhalten einerseits zum Beispiel hier die klassischen Folgen aus der Twilight Zone sicherlich einer der bekanntesten wie auch einflussreichsten Mystery Horror sonst was Serien die wir jemals gesehen haben auch The Outer Limits sagt mir noch was wobei ich mir fast sicher bin dass es da eine neuere Version gibt weil ich glaube nicht dass in der Zeit wo ich jung war solche Serien gerade groß im Fernsehen auf und ab gesendet wurden aber man hat auch hier wieder eine Menge an Sachen zu entdecken natürlich The Monsters of Doctor Who bekommt in diesem Fall wieder ein ausführliches Kapitel das sicherlich eines der ersten sein wird dass ich mir hier in diesem Buch zu Gemüte führe holy hell The Singing Ringing Tree okay ich finde einen Film der The Singing Ringing Tree heißt braucht gar keinen Film mehr das alleine ist schon grauenhaft und furchteinflößend genug da hätte ich dann ja das ist auch wirklich gruselig hätte ich gar keinen Film mehr dazu gebraucht aber natürlich auch hier wieder absolut großartig illustriert alleine eben die ganzen Serien und Produktionen die ich nicht kenne wo ich mir aber einfach nur beim Durchblättern denken kann what the fuck ist eigentlich ganz gut dass ich das nicht kenne weil das ist furchteinflößend und natürlich dann auch hier sogar Produktionen von Lucio Fulci die ja damals in dieser großartigen Emmy B4 Filmebox verwurstet wurden die ich mir um 50 Euro damals gekauft habe bis hin natürlich zu Stephen King und ich muss jetzt echt sagen ich meine viele Leute werden das schon wissen aber ich bin ein Idiot weil ich damit begonnen habe dieses Buch durchzublättern hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet dass ich da so viel entdecke was ich kenne weil mir einfach bei so vielen Sachen entgangen ist und ich gar nicht daran gedacht habe dass es sich dabei eigentlich um Fernsehproduktionen handelt aber natürlich allein die klassischen Stephen King Sachen alleine so Kleinigkeiten die man da beim Durchblättern sieht die man sich vielleicht noch eben alleine nur zur Komplettierung in die eigene Sammlung holen möchte Freddy's Nightmares möchte ich unbedingt einmal sehen ich hoffe offensichtlich auch eine Friday the 13th Reihe vielleicht wird die goriger als die Filme an sich weil harmloser geht ja fast gar nicht aber auf jeden Fall wieder ein cooles Buch alleine mal zum Durchblättern und sicherlich eines das ich dann irgendwann einmal noch ausführlicher bearbeiten und belesen werde aber jetzt einmal auf den ersten Blick optisch hervorragend aufbereitet und inhaltlich auch cool wirkend und ja damit war hoffentlich auch dieses Sammlungsupdate und besteppert diese Bücher so schwer ich krieg die fast nicht auf die Seite holy freaking hell für euch inhaltlich sagen wir mal zumindest akzeptabel und tragbar das war's für heute wir hatten heute mal einen unglaublich hohen Anteil an Filmbüchern aber das war was das mich auch an der Stelle einmal wirklich interessiert hat hier ein bisschen in eine für mich neue Welt einzutauchen und wieder mal ein bisschen was Neues zu entdecken und euch eben auch hier zeigen zu können ein bisschen fernab der runden Scheibe gibt es auch eine Menge im Film bis das einen faszinieren kann und damit ist es faszinierend wie lange ihr schon wieder meine Stimme ertragen habt aber glücklicherweise ist dieser Teil eures Tages wo ihr das über euch ergehen lassen müsst schon auch vorbei das war's mit dem heutigen Sammlungsupdate ich hoffe tatsächlich dass ihr Spaß hattet bei dem was wir heute gesehen haben es waren einige Bücher dabei für die Bibliothekare unter den Filmsammlern beziehungsweise auch einige Filmveröffentlichungen direkt einige Importe aus England aber auch einige deutsche Veröffentlichungen bin sehr 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 gespannt was ihr zu diesem Update sagt haut mir eure Kommentare in die Kommentare deswegen heißen sie so und wir sehen uns hoffentlich im Laufe der nächsten Woche wieder wahnsinnig oft hier auf meinem Kanal weil einerseits wird es natürlich wieder das ein oder andere Mystery Unboxing geben wo ich euch die Pakete öffne live vor der Kamera öffne die ich neu bekomme aber nächste Woche wird auf jeden Fall über alle Maßen die Strichen voll sein mit Blu-Ray Checks ich habe so viel bekommen vielen vielen Dank noch einmal an der Stelle an Polyband an Pandastorm und an Anolis und an Excessive Pictures die mich jetzt eben aktuell versorgt haben danke noch einmal an Nameless da ist ja auch noch New Kids offen die anderen sollten eigentlich mittlerweile veröffentlicht sein da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken ich werde dieses Wochenende also nachdem jetzt dieses Wochenende vorbei ist für die die das Sammlungsupdate schauen werde ich dieses Wochenende verbracht haben damit euch einige Blu-Ray Checks zu zaubern hoffe dass sie euch unterhalten hoffe dass sie für euch informativ sind würde mich sehr sehr auch da über euren Besuch über eure Kommentare freuen an der Stelle sollte euch all das überhaupt nicht interessieren zumindest die zwei Fixpunkte für die nächsten Woche kündige ich wie üblich an Donnerstag 16.30 Uhr gibt es eine brandneue Folge von Depp und Deppert und aller spätestens sehen wir uns wieder hier in exakt einer Woche am Sonntag um 17 Uhr zur nächsten Ausgabe vom Sammlungsupdate und bis dahin Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020